Hallo Alex. Hallo Marvin. Hallo liebe Zuhörer. Einen wunderschönen guten Tag. Oder Zuschauer. Stimmt, ja. Ja. Wir sind bei Folge 40. Ich glaube schon 30 oder 30. 40. Ich weiß es nicht. Willkommen zu Folge 39. Sagst du nochmal willkommen zu Folge 40? Willkommen zu Folge 40 des Shisha-Casts. Ja. Und ich gucke jetzt nebenbei definitiv nicht nach, bei welcher Folge. Dass wir uns das auch wirklich niemals merken können. Das ist schon fast ein bisschen schwach. Ja, wir haben uns auch echt extrem vorbereitet auf die Folge jetzt. Sehr. Also, um nicht zu sagen, gar nicht. Ja, es ist 39. Ja, 39. Ja. Ich dachte, das wäre 40. Dann können wir aber ins neue Jahr starten mit Folge 40. Das stimmt. Das ist eigentlich ganz geil. Aber Marvin, ich habe noch eine Sache und zwar, das ist die erste Folge seit unserem Jubiläum. Wir sind jetzt drei Jahre alt. Happy Birthday to Shisha-Casts. Wild. Drei Jahre. Und wir haben ja alle zwei Wochen eine Folge hochgeladen. Genau. Das heißt, 150 Wochen. Das heißt, wir sind eigentlich, dann müssen wir ja bei Folge 75 sein. Stimmt, ja. Ja. Wie kommen wir auf 130? Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Wir haben regelmäßig hochgeladen. Ja. Nie eine Pause gehabt. Nie ausgesetzt. Nie. Safe nicht. Wir doch nicht. Nein. Also, wenn irgendwas für Pünktlichkeit steht. Dann der Shisha-Cast. Dann der Shisha-Cast. So muss das sein. Nein. Ähm. Ja. Wow. Mir fällt mal keine gute Überleitung ein. Krass. Ja. Speaking of Shisha-Cast. 75 Folgen. Was für eine Shisha hast du denn an? Ich habe mir die Stimulation Pro X Mini geschnappt. Ähm. Ich stand vor dem Pfeifenregal. Wusste nicht, welchen Pfeifen. Da dachte ich, so Pro X Mini geht eigentlich immer. Ähm. Dann habe ich mir als Kopf obendrauf den UPG-Standard genommen. Ähm. Und zwar, weil ich wollte den neuen Darkside Honey im Merlock-Kopf probieren. Der neue Darkside Honey? Der neue Darkside Honey. Wild. Sehr wild. Sehr wild. Wann kommt eigentlich die Folge raus? Kommt die noch zu Weihnachten raus irgendwann? Wasti, wann kommt denn die Folge raus? Ja. Schreibe uns das mal. Schreibe. Uns ist übrigens was aufgefallen. Wir sind ja sehr transparent mit euch, ne? Und wir haben es. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal im Shisha-Cast erzählt haben. Aber wir machen auf jeden Fall kein Geheimnis draus. Wir bauen so viele Placements in den Shisha-Cast ein, dass wir exakt den Basti bezahlen können. Und jetzt war der Alex heute so, Marv, ich glaube, wir brauchen wieder ein Placement. Wir müssen den Basti bezahlen. Und ich glaube, wir haben keine Kohle mehr. Also Alex hat seine Kohle, ich habe meine Kohle, aber der Shisha-Cast hat keine Kohle mehr. Genau. Das heißt, wir müssen eigentlich in die nächste Folge ein Placement einbauen. Ja, eigentlich schon. Ja. Ich hoffe, ihr gönnt. Ihr müsst uns das auf jeden Fall gönnen. Also wir verdienen mit dem Shisha-Cast genau so viel, wie uns der Shisha-Cast kostet. Also unterm Strich gehen der Alex und ich hier null auf null raus. Der einzige Mensch, der was am Shisha-Cast verdient, ist der Basti. Ja. Das ist der einzige Mensch, der verdient. Ey, wir sind so schlechte Influencer. Wir sind richtig schlechte Influencer eigentlich. Schmutz. Also Spotify, wenn ihr das hört, ne? Kaufangebot. Gönnen. Gönnen. Ich meine, bei zwei Millionen, nee, zwei Milliarden monatliche Hörer waren es, ne? Genau, ja. Trill. Trillbillions. Trillbillions. Ja, so viele sind das. Ja, also wir müssen, oder wir werden nächste Folge wahrscheinlich wieder ein Placement einbauen. Ich denke auch. Damit wir den Basti wieder bezahlen können. Yes. Ja. So sieht's aus. Ich mach auf jeden Fall mal weiter mit meinem Setup. Ja, bitte. Entschuldigung. Also auf jeden Fall der neue Darkside Honey. Ich hab eigentlich auch nur gefragt, wann eine Folge rauskommt. Je nachdem, wie neu der jetzt schon für die Leute ist. Weil man sieht, also heute ist übrigens der 23.12. Läufte, einen Tag vor Weihnachten. Und bei dir kam das Paket heute schon an. Bei mir ist es leider noch nicht da. Ich hab auf dem Weg ins Büro tatsächlich noch den DHL-Booten abgefangen und ihn gefragt, ey, hast du zufällig Pakete für mich dabei? Weil ich so die Benachrichtigung bekommen hab, ne? Dass das Darkside-Paket auf dem Weg ist. Dann meinte er, warte ich, guck mal. Und dann hat er mir das gegeben. Dann bin ich jetzt straight ins Büro gefahren. Zehn Minuten später warst du da. Deswegen können wir jetzt noch den Darkside Honeydust testen. Ja. Also schmeckt auf jeden Fall mit mir sehr gut. Ich hab noch drinne den Schock-Anans von Byrne, also Ananas. Und ich hab, glaub ich, noch ein bisschen Kiwis-Movie reingemacht. Einfach ein bisschen Säure zu der Süße dazu. Schmeckt sehr, sehr lecker. Neus. Oben drauf eine Kranie, drei Kohlen drin. Läuft. Mach Allah. Was gibt's denn bei dir Schönes? Bei mir gibt es die Viro-Versa mit dem Boost-Sleeve. Ich hab aber den Teller geändert. Das ist nicht der normale Teller von der Versa, weil der ist mir in der kleinen Variante dann zu groß. Klar, die Versa kannst du ja in groß und klein rauchen. Und deswegen ist der Teller halt größer auf der kleinen und auf der großen sozusagen normal groß. Hast du nicht das Extension-Set? Da ist halt ein kleiner Teller dabei. Ne. Ah, okay. Anscheinend nicht. Moe, wenn du es sagst. Moe. Aber ich wusste mir trotzdem zu helfen. Und zwar hab ich von der Aeon Lounge Mini Neo einfach den Teller abgemacht und hab den auf meine Versa gepackt. Die Pfeife ist auf der Prestige Mini-Bowl von Aeon. Oben drauf ist einer von den zwei neuen Colorways von dem S&T. Den zweiten sieht man dann nicht bei dir. Ne. Der liegt da vorne. Perfekt. Wenn wir Kohle für die zweite Runde machen, kann ich euch den nochmal zeigen. Ich weiß leider noch nicht die Namen von den Colorways. Die sind auch heute im Paket mit angekommen. S&T-Funnel kennt man ja schon. Sehr nice Performance. Cooler Formfaktor. Ist der Clay vom Hooker in Popo. Und da wisst ihr, wie ich zu dem stehe. Hatten wir auch großzuhig geredet in einer der letzten Folgen über die Köpfe. Vorletzte? Ich weiß es nicht mehr. Die letzte Folge war 25 Gramm. Ja. Davor war Köpfe schon, oder? Und davor war kleine Pfeifen. Stimmt, dann die vorletzte. Die vorletzte Folge. Folge 37 muss das dann sein. Genau, den Kopf habe ich mir geschnappt. Und der Alex hat, wie immer, während ich den Tech Stuff aufgebaut habe, hat der Alex die Köpfchen gebaut. Und ich habe einen Mix bekommen. Übrigens einen hervorragenden Mix. Danke schön. Ich würde jetzt sogar fast noch auf eine 9,5 von 10 hochgehen. Eben habe ich gesagt 9 von 10. Den Honeydust. Ja. Must have Space Flavor. Dem übrigens ein Zuschauer auf dem Ion Event geschenkt hat. Das sieht noch richtig voll aus, die Dose. Ich bin auch sehr vorsichtig mit dem. Weil danach ist halt wieder Flaute, bis wir das nächste Mal in Spanien sind. Genau, also Honeydust, Space Flavor und Bapai Dinner, beziehungsweise noch eine Mini-Gabel Ice Baby. Genau, weil der Bapai Dinner eventuell leer war. Eventuell. Aber soll ich dir was vor ernten? Guck mal, diese weiße Box unter dem Kopfbauer-Ding. Ah, die ist noch voll? Das ist mein Blackburn-Stash. Ah, okay. Na gut. Ja, gut. Kann man nichts machen. Genau, das ist mein Setup. Das rauchen wir. Und der Mix ist wirklich so nice geworden, Alex. Ich könnte mich gerade reinlegen. Ich kriege gar nicht genug von dem Geschenk. Aber es ist halt schade, dass es ein Space Flavor nicht mehr gibt. Ja. Das ist halt. Das ist sehr belastend jetzt für alle, die den nachbauen wollen. Ja. Aber ich denke, wir werden den Honeydust, sowohl du als auch ich, in nächster Zeit häufiger ein paar Mixes testen. Ja. Ich bin ja auch echt Honigliebhaber, was so Tabak angeht. Also er muss... Das ist also ein Honigliebhaber. Ja. Ein ganz süßer. Ein ganz süßer. Ein ganz süßer. Ein ganz süßer. Und das sein tun. Nee, aber ich finde Honig an sich relativ schwer. Er muss wirklich... Also gerade bei Dark Blend Honig finde ich, dass der teilweise zu wenig Aroma mit sich bringt, denn oft diese Grundtabaknot da ist. Aber hier, der von Dark Side, der gefällt mir sehr, sehr gut nicht. Also das Problem ist, ich würde ja eigentlich immer gerne einen Flavor, wenn ich den erst mal teste, solo rauchen. Aber ich glaube, das ist bei dem Honey komplett irrelevant, weil ich eigentlich niemanden... Also es gibt bestimmt Leute, die sich denken, let's go, ein purer Kopf Honig. Aber ich nicht. Ja, und ich eh nicht. Ja, du bist sowieso ein Mr. Mixology, sowieso nicht. Aber das kommt gerade so gut in dem Köpfchen. Also diese süße Note da, boah, ist geisteskrank. Ich freue mich so, den jetzt noch in anderen Mixes zu testen, weil die Frage für mich ist natürlich, ist der jetzt nur in dem Mix so herausragend oder kann der auch andere Mixes nochmal auf ein neues Level heben? Ich glaube schon. Ich denke, der kann. Von meinem ersten Eindruck denke ich das auch. Übrigens hatten wir einen Kommentar unter dem letzten Shisha-Cast, der mich persönlich sehr getroffen hat, weil ich selbst weiß, dass es so ist und es mich selbst ankotzt über mich selbst, dass es so ist, dass ich jetzt so oft ins Wort falle. Ist dir das negativ aufgefallen? Also ich weiß, dass es so ist, aber ich habe jetzt eigentlich kein großes Problem damit, weil ich es halt auch kenne. Also ich meine, wir kennen es jetzt auch ein bisschen länger. Er kennt mich und weiß, dass ich ihm immer ins Wort falle. Perfekt. Das war eine schöne Folge. Hat Spaß gemacht? Ja, eigentlich nicht. Nee, aber ich finde das eigentlich, also ich finde es eigentlich teilweise auch ein bisschen erfrischender für den Cast, weil das halt so ein bisschen merkt, die Konversation anregt, wenn halt auch Kommentare dazukommen, anstatt wenn das nur zwei Monologe sind, die ganze Zeit. Das stimmt, aber ich will trotzdem versuchen, das ein bisschen zu minimieren. Meine Taktik ist die, ich versuche, wenn du redest, einfach mein Mikrofon runterzunehmen und dann kann ich basically gar nicht reden. Übrigens, was ich auch in den kommenden Tagen gelesen habe, wir wollen das so mit dem Handheld-Mikrofon. Also das ist jetzt keine Notlösung oder sowas. Wir finden das einfach cool, so vom Viper und so weiter. So hier auf der Couch, auf dem Sessel, so ganz entspannt mit dem Handmikrofon. Finden wir einfach cool. Das Ding ist, wenn du hier ein gemountetes Mikro hättest oder so, also das machen ja auch viele Podcasts, sodass die Handmikrofone benutzen für so ein etwas entspannteres Setting. Erstens finde ich es nicht schlimm, einfach ein Mikrofon in der Hand zu halten und du hast dich bis jetzt bei mir auch noch nicht beschwert. Vorher haben wir es am Schreibtisch gemacht, aber am Schreibtisch habe ich immer so Stream-Vibes. Wir reden heute nur noch dauerhaft gleichzeitig. Ja, und das ist halt so Stream-Vibe für mich und so ist es jetzt Shisha-Cast-Vibe für mich. Deswegen finde ich das gut. Ich finde das auch so vom Kamerabild her viel, viel cooler für einen Cast. Ja, es ist halt entspannt so. Es ist halt auch das, wofür der Shisha-Cast steht. Wir machen uns beide eine Pfeife an, wir quatschen uncut, ganz entspannt über Themen, die gerade bei uns los sind, in der Shisha-Szene los sind, ohne viel cutten, vorbereiten, sonst irgendwas. Einfach nur zwei Jungs, die gerne Pfeife rauchen und darüber gerne erzählen. Ja. Das Shisha-Cast. Das Einzige, was ich mit dem Mikrofon bisher hatte, war, da hat mich sogar ein Kollege darauf angesprochen, dass ich... Dass du redest und dann auf einmal dich irgendwie bewegst und dann das Mikrofon... Nee, dass ich manchmal ein Mikrofon ziehen will. Was? Wirklich? Ist mir noch nicht aufgefallen. Seht sich deine Ahnung. Das schmeckt ja irgendwie... so im Gedankengang habe ich ja manchmal so, wie ich mich erwische, wie ich dann das Mikro so zum Mund spüren will und dran ziehe und denk so, nee, das ist falsch. Jetzt kommt gar kein Rauch aus meinen Köpfen, sondern du bist... Smart, Alex, smart. Ja, ne? Ich glaube, ich habe das noch nicht gebracht. Noch nicht? Ich glaube nicht, ne. Ja, okay. Hoffentlich bleibt das jetzt auch so mit dem Wissen. Oh, Mann. Da muss ich mal drauf achten, wenn ich dir heute die ganze Zeit so zu dir rüber schiele, weißt du genau, wieso. Geil. Oh, da muss ich mal drauf achten. Ey, Aufgabe für alle, die den Shisha-Cast hören, immer wenn dir Alex am Mikrofon ziehen will, auch in den vergangenen Folgen, macht mal einen Kommentar unter das YouTube-Video davon und markiert mir die Stelle. Dann machen wir eine Compilation draus. Alex versucht, am Mikrofon zu ziehen. Version 3. So schon war es. Es war immer so im Kopf so, welche Handführung... Ich bin überfordert. Das ist zu viel Koordination für mich. Geil. Nee, es bin noch nicht aufgefallen. Ei, 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 ei. Schön. Schön. Es gibt noch was anderes Schönes, hoffe ich. Was denn? Beziehungsweise freue ich mich auf was Schönes. Schöne Geschichten von dir aus Berlin. Ja. Ich habe deine Story gesehen, auf einmal sitzt der Junge im Vikings und ich bin so, ey, what the fuck? Ja, es war auch ganz lustig, weil wir waren am ersten Tag, haben wir in so einem Vietnam-Streetfood-Laden und auf einmal schreibt mir Ali so, es sieht wild aus, kannst du Empfehlungen geben? Ich meine so, ja, war okay, ist halt in Berlin, ne? Erstmal für einmal vietnamesich essen, nach Berlin fahren. Nee, war relativ spontan. Ich habe meiner Freundin einfach so einen kleinen Berlin-Trip einfach zu zweit. Ach süß, das war ein Geburtstagsgeschenk. Ja, genau. Und einfach zu zweit mal wieder einen Städtetrip, ganz entspannt. Habt ihr früher häufiger gemacht? In letzter Zeit hat es oft nicht geklappt, ne? Genau. Und da dachte ich so, warum nicht? Haben wir ein schönes Hotel rausgesucht. Wir waren das zweite Mal da, das Park Inn bei Werdersen. Das ist direkt am Alex. Also du gehst aus dem Hotel raus, stehst auf dem Alexanderplatz, bezahlst halt... Der Alex auf dem Alex. Sorry, den kann ich mir nicht vergneifen, das war eine Steilvorlage für einen guten alten Dad-Joke. Ja, bist halt auch schon alt genug dafür. Auf jeden Fall. Besser ganz schnell weitermachen. Hotel, von der Lage her halt super geil. Also du gehst halt aus dem, du hast zwei Eingänge. Aus dem einen Eingang bist du halt vorne auf der Straße und vom anderen Eingang hinten raus, stehst direkt auf dem Alexanderplatz, direkt auf dem Weihnachtsmarkt. Eigentlich super cool. Und das Einzige, was im Hotel, was ich so ein bisschen weirdo finde, ist es ein offenes Bad. Das heißt, du hast keine richtige Abtreibung, sondern du hast nur so einen kleinen Vorhang und dann... Auch bei dem WC? Nee, beim WC nicht. WC ist ein extra Raum. WC ist ein extra Raum, aber duschen nicht. Kurze Geschichte. Ich war ja mit einer Freundin, nur einer Freundin, auch wenn mir das irgendwie keiner glauben will, war ich ja über meinen Geburtstag in Holland. Ja. Und wir hatten auch ein offenes Bad. Die Toilette war zwar auch in einem extra Raum, aber ich wurde trotzdem immer aus dem Zimmer geschickt, weil die Toilette beduschen musste. Immer so, Marvin, wolltest du nicht noch random Grund, warum ich aus dem Zimmer muss? Und ich dann so, ja, ja, ich mach das noch. Stimmt, ich wollte ja noch was aus dem Auto holen. Zum Auto, ja. Ja, richtig, hatte ich ja was vergessen, stimmt. Und dann irgendwann so die WhatsApp, okay, kann's kommen. Aber es ist auch unangenehm. Ja. Stell dir mal vor, du musst wirklich auf Toilette und du merkst so, oha, da bahnt sich was an. So wie bei Mo, weißt du? Direkt nochmal die Story rauspacken. Übrigens gibt es ja Gerüchte, dass du nicht bei dem Aeon-Event warst, wozu wir übrigens auch gleich noch kommen, weil du Angst hattest, dass Mo sauer auf dich war wegen deiner Reaktion auf die Story. Nee, das Ding ist ja, ich muss... Aber der Alex war wirklich krank. Nee, das Ding war ja, dass ich hab die Story, also ich musste ihm das ja vorher schon erzählen, weil wir waren am Freitag... Du Verräter. Wir waren am Freitag vor dem Event, waren Max ja schon da und da war ich noch so halbwegs fit, also ich hab gemerkt, so ein bisschen Erkältungs-Vibes, aber so geht eigentlich voll klar und da hab ich mit Max getroffen, waren immer mehrer gewesen und haben uns danach noch mit Vivi und Mo in der Stadtliebe getroffen und da wollte, glaub ich, Vivi ansetzen mit der Geschichte und ich hab halt gesagt, ich kenn die Geschichte halt schon. Hä, woher kanntest du denn schon die Geschichte, Alex? Musste ich leider beichten, dass wir die im Shisha-Cast ja, nicht geteilt wurde. Fandmo, witzig. Oh ja, schön. Aber war eine schöne Geschichte. Gut, und dann war der auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz. Genau, wir sind, wir sind, erst mal hat das mit dem Losfahren so ein bisschen Probleme bereitet, weil... Da war das Wetterchaos. Da war das Blitzeis. Scheiße. Da, wir wollten eigentlich so um neun Uhr los, damit wir um 15 Uhr perfekt zum Check-In kommen und dachten so, neun Uhr ist eigentlich entspannt, weil war ja ein Montag. Das heißt, hatten halt Schiss wegen Berufsverkehr und so weiter. Ja. Und dann ist meine Freundin aufgestanden und dann höre ich nur so im Hintergrund, wie meine Mom hochruft, ja, ihr könnt noch nicht los. Du darfst noch nicht losfahren, Alexander. Genau. Sagst du deine Mom Alex oder Alexander? Alex. Alexander werde ich nur sowohl von meiner Mom und meiner Freundin genannt, wenn... Dann war es die Kacke am Dampf. Alexander. Genau. Sonst Alex. Also habt ihr noch ein bisschen... Wann seid ihr denn losgefahren? Wir sind, glaube ich, um kurz vor elf sind wir, glaube ich, losgefahren. Wir sind aber sehr, sehr gut durchgekommen sogar dafür. Wir standen nur ganz kurz mit Staubein an der Baustelle. Muss halt auch dazu sagen, bei der Baustelle war auf der linken Spur war noch Schneematsch, was halt wirklich belastend ist. Ansonsten super gut durchgekommen waren, glaube ich, auch so gegen 17.30 waren dann da gewesen, schnell Check-In, ging alles super easy und dann sind wir vietnamesisch essen gegangen und war okay. Also ich habe so, als Vorspeise gab es so einen Crispy Roll, die war echt gut und ich habe mir dann so eine Poké Ball bestellt, weil ich die ewig nicht mehr gegessen hatte. Stimmt, früher warst du oft hier in Frankfurt bei den Poké Brows. Und die war okay, also die war so, ja, ein bisschen lustlos irgendwie, also so langweilig, würde ich es fast nennen. Okay, schade. So, an sich war sie nicht schlecht, aber war halt so dieses, war ein bisschen Hähnchen drauf, ein bisschen Chicken Tarayaki, sonst, wie man es halt kennt, ein bisschen Gemüse drin, ein bisschen Salat, ein bisschen Reis, aber irgendwie so bei den Poké Pros mit den Soßen und so weiter hast du ein bisschen mehr Auswahl, also war okay. Und bei meiner Freundin gab es, glaube ich, so Reisnudeln, oder Reisdampfnudeln oder sowas. Die waren eigentlich ganz gut, die haben sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, ansonsten haben wir überlegt, wollten natürlich noch eine Pfeife rauchen gehen und rund um Alex habe ich keine gescheite Bar gefunden und deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, eine halbe Stunde uns in Zug zu setzen und sind dann zum Vikings gefahren, weil Vikings kannten wir ja schon, als wir in Berlin waren und ich würde auch sagen, also auch was ich so von DMs von euch bekommen habe, ist es so mit die beste Bar in Berlin. Also ich habe auch noch keine anderen Vorschläge für Berlin bekommen und ich war auch literally nur in einer Shisha-Bar in Berlin und das war das Vikings, aber da war ich auch happy. Ja, ich war jetzt schon mehreren, einmal, also wir waren als Messe in Berlin, da waren wir ja auch da gewesen, da war auch so eine... Aber das war also keine Shisha-Messe für alle Leute. Doch, doch. Shisha-Messe in Berlin? Ja, gab es zweimal. Ach so, ganz früher, vor Hannover und Co. noch. Ja, genau, da gab es ja zweimal Messe in Berlin und da war noch ein... Ich glaube, im Adrian-Café hieß das. Es war okay, es war halt so Standard Turnkopf, Kamin drauf, Doppelabschluss. Also für eine Standard-Shisha-Bar war es okay? Genau. Aber es war halt nicht Funnel-HMD, Meerloch-HMD, Darkblend-Kategorie? Genau. Okay. Und im Vikings ist es halt angekommen. Ich habe vorher kurz geschrieben, ob sie noch Platz haben für zwei bis vier Leute, weil ich habe einen Cengiz noch spontan geschrieben, der da auch noch rumgekommen ist. Und ich meinte, klar, komm vorbei. Und direkt hier eine L-Bomber, doch L-Bomber bekommen. Mit einem schönen Pott oben drauf, einer Kranie, konnte ich mir alles aussuchen. Schöner Darkblend-Mix, also da war ich sehr, sehr happy. Ja. Auch für meine Freundin ein schöner, bäriger Mix, konntest du direkt alles sagen, was du haben wolltest. War ein super entspannter Abend, Cengiz und seine Frau kamen noch vorbei, haben dann noch ein bisschen gequatscht. Ja. War ein sehr, sehr entspannter Abend, schöner Abschluss des Tages. Sind auch relativ früh sogar im Hotel gewesen, also was heißt früh, ich glaube so halb zwölf oder sowas. Aber waren halt auch fertig von der Fahrt. Und ja, am nächsten Tag auch wieder, also Berlin-Aufenthalt war eigentlich viel Essen, ein bisschen rumlaufen und Abschluss des Tages war immer eine Pfeife. Hä, also ich hätte erstens von dir nichts anderes erwartet bei einem Städte-Trip. Ich meine, auch immer, wenn wir irgendwo hinfahren, so Beispiel, Huka in den Weihnachtsmarkt, worüber wir glaube ich auch noch nicht im Shisha-Cast gehört haben. haben wir ja auch extra noch geguckt, wo gehen wir vorher hin essen, so die kulinarischen Boys wieder on Tour. Aber ich liebe das halt auch, geile Restaurants zu testen und du ja genauso. Deswegen hätte ich auch gewundert, gerade in Berlin, wo es so viele geile Restaurants gibt. Ich glaube, ich wäre sogar einmal wieder zu diesem russischen Frühstückslokal gegangen. Haben wir sogar kurz überlegt gehabt, aber wir hatten halt, ich wusste nicht mehr, ob ich Frühstück dazu gebucht hatte oder nicht im Hotel. Und hattest du? Ja, hatte ich. Also Frühstücksrestaurant schon mal eine doofe Idee. Ja, vor allem das Datscher hieß das, glaube ich. Ja. Das war halt doch wieder so eine halbe Stunde Zugfahrt weg. Das finde ich halt immer noch so geisteskrank an Berlin. So zwei Freunde von mir haben gleichzeitig in Berlin gewohnt und die haben einfach anderthalb Stunden auseinander gewohnt. Das ist so crazy. Also, weil ich bleibe mir vorher auch nie so bewusst, dass Berlin so riesig ist eigentlich. Auch bei Jenkins und Davies ist ja genau das Gleiche. Die wohnen ja auch irgendwie beide in Berlin, aber beide trotzdem irgendwie Die wohnen genau gegenüber und mit dem Auto irgendwie eine Stunde oder so. Digga, eine Stunde, da bin ich in von hier Frankfurt, bin ich in Gießen, in Marburg, fast in Koblenz. Das ist so geisteskrank. Ja, auf jeden Fall am zweiten Tag auch dann entspannt gefrühstückt, ein bisschen über Weihnachtsmarkt rumgelaufen. Weihnachtsmarkt in Berlin ist, finde ich, nochmal um einiges schöner als in Frankfurt. Es gibt auch etliche Weihnachtsmarkte dort. Weißt du wirklich schöner oder weißt du einfach nur mal, weil es neu ist? Ich würde sogar fast... Der Frankfurter Weihnachtsmarkt ist ja ausgelutscht für uns, oder? Ja, aber ich finde... war beim Alex, da war nicht so krass viel los, wie ich erwartet hätte und wenn du in Frankfurt auf den Weihnachtsmarkt gehst abends, da kannst du komplett vergessen eigentlich. Ja, deswegen gehe ich auch nicht mehr hin. Nee, also ich habe das... Mein Freund war in Frankfurt gewesen auf Weihnachtsmarkt, hat dann erzählt, es hat gar keinen Spaß gemacht, weil es einfach so voll ist dort und dort konntest du ganz entspannt rumlaufen, konntest dir was holen und nachmittags sind wir dann am Angry Chicken vorbeigelaufen, hat uns dann aber nicht so krass gecatcht, muss ich ehrlich sagen. Aber du hast es probiert? Nee, wir haben es nicht probiert. Was? Ja. Du bist am Korean-Fried-Chicken-Laden vorbei und du hast nichts gegessen? Nee, wir haben es so angeguckt, dann war es noch voll und dann dachten so, ah, hat uns jetzt beide nicht so krass angesprochen und das Ding war halt, du konntest halt nicht drinnen sitzen, nur draußen oder to go und wir wollten... Dann hätten wir wenigstens eine kleine Packung to go und probieren. Oh, ich habe auch gleich noch eine sehr gute Food-Story. Classic Marv-Move. Die Falafel? Mhm. Ah, okay. Aber im Shisha-Kass habe ich es noch nicht erzählt. Im Shisha-Kass habe ich es noch nicht erzählt, ja. Und sind dann nebendran ins Dolores reingegangen. Das ist so ein Mexikaner und halt Burritos, Balls und so weiter und das war richtig lecker. Das war richtig, richtig gut. Also es war so, hat so ein bisschen was von Fastfood-Kette gehabt, so vom Aussehen her. Weißt du noch in den Burger-Laden, wo wir waren, wo wir mit Jenks und David ungefähr so von innen rein in Richtung ein bisschen ja, U-Bahn-mäßig. Ich habe mir so eine Ball geholt mit Chicken, Guacamole und so weiter. Mein Freund hat sich ein Burrito gezogen und die waren echt sehr, sehr gut. Waren wir sehr, sehr happy. Und wir waren alle drei Tage beim The Alley gewesen. Das ist der sehr bekannter Bubble-Tea-Laden. Ah ja, ja, ja. Das habe ich in deiner Story gesehen. Bester Bubble-Tea, den ich jetzt getrunken habe. Echt? Also, ja. Gibt es da so krasse Unterschiede? Anscheinend schon. Anscheinend schon. Also ich muss nur sagen, ich bin ja kein großer Freund von diesem Standard-Tapioca von den Dingern. Ich nehme nur die. Ja, meine Freundin auch und sie hat gemeint, das ist eine ganz andere Welt als das, was wir hier kennen. Also der hier ist auch nicht schlecht in Rottgau, aber der dort war anscheinend nochmal ganz anderes Level und auch die haben ganz ausgefallen. Also so mit Frischkäse und mit Creme-Brillet. Was? Ja. Frischkäse? Frischkäse. Im Bubble-Tea? Ja. Was ist das denn? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber meine Freundin hat sich zum Beispiel eine Creme-Brillet geholt, hat gemeint, sie hat noch nie was Besseres getrunken. Echt? Ich habe mir so, ich habe mich in diesen, wie ist der? Mango-Lulu. Das ist so mit Mango-Frappé drin und diesen Hayat-Perlen sind das, glaube ich. Hayat. Super lecker. Also wirklich sehr, sehr geil. Krass. Und am zweiten Tag sind wir dann noch in der Marrakesch-Bar gewesen. Das war ein bisschen näher am Alex. Das war, glaube ich, eine Station. Da habe ich, glaube ich, auch in der Story gesehen. Da habe ich gesagt, ich habe mir jetzt keine große Lust, nochmal irgendwie um 11 Uhr zum Vikings zu fahren, sondern ganz entspannt hier irgendwo in der Nähe. Obwohl sie auch noch ein Köpfchen. Genau. Und sind wir reingekommen, ich habe es schon auf Insta gesehen, so Steinkopf mit Sieb, Kamin. Eine Kohle ist gerade reingefallen. Ich glaube, das geht trotzdem noch klar. Ich hoffe es. Zug des Todes in drei, zwei, eins. Ne? Ach, Glück gehabt. Ihr kennt das, wenn eine Kohle in den HMD fällt und dann manchmal so ein kleines Stückchen Kohle abbricht und die genau durch den Schlitz vom HMD in den Tabak fällt und das dann verbrennt. Alter. Ich glaube, ihr wisst alle, wovon wir reden. Also jeder HMD-Raucher kennt auf jeden Fall das Problem. Ja, also wieder weg von HMD, zurück zu Kamin. Ja, das musst du kurz raus. In der Marrakesch-Bar und als ich gesehen habe, es gibt nur Kamin, war für mich klar, ich rauche entweder Traumminze oder Doppelapfel und ich hätte eigentlich mehr Lust auf Traumminze gehabt und dann habe ich halt gesehen Black Nana und dachte halt so, okay, es wird da neu sein, habe ich jetzt keine große Lust drauf. Habe ich gefragt, was die sonst noch für Traube da haben. Haben die gemeint, Alfacher. Meinte ich so, ja, okay, würde ich den Alfacher Traumminze nehmen, meint sie so. Nee, nee, also das ist die Marra Alfacher, aber das ist Black Nana. Also es gibt anscheinend, der Marrakesch-Bar gibt es dann Alfacher Black Nana. Wild. Krass, oder? Nie gehört, nirgendwo sonst, aber die wissen wahrscheinlich einfach mehr als wir. Ist ja nur seit Jahren unser Job. Ich habe das dann auch unkompetiert stehen lassen und habe gesagt, ich würde gerne einen Doppelapfel nehmen. Wolltest du nicht den Alfacher Black Nana probieren? Ich wollte nicht den Alfacher Black Nana nehmen. Vielleicht ist der Herr Killer. Ja, vielleicht. Oh Mann, ey, wirklich, das ist, ich kann es nur immer wieder sagen, warum kennen sich Shisha-Bars nicht mit Shisha aus? Also ist jetzt obviously eine Verallgemeinerung, das trifft zum Glück nicht auf alle Shisha-Bars zu, es gibt sehr positive Ausnahmen, wie zum Beispiel Umera, wo wir gerne hingehen. Obwohl Umera hat auch keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, geht da nicht hin? Nee, auf keinen Fall. Sagen wir jetzt auch nicht, weil es immer zu voll ist und wir keinen Platz mehr haben. Viel zu teuer, China Head, Alufolie. Nur Kiosk-Pfeifen? Nur Kiosk-Pfeifen. Was haben die da, diese Duscher auf Zaheser-Bowl? Schmutz. Braucht keiner. Nein, also, ich habe immer Angst, dass das dann Leute wirklich glauben. Das einzige Problem mit unseren Umera-Empfehlungen, Glaubst du wirklich, dass es Leute miteinander glauben? Alex, das ist Internet. Ja, ja. Egal, was du sagst, irgendjemand legt es dir falsch aus. Ja, stimmt auch. Das ist literally egal. Nein, also, um das einmal klarzustellen, wir lieben Sumera. Das Problem ist nur, dass wir Sumera zu viel lieben und unsere Liebe zu oft öffentlich bekundet haben und es deswegen jetzt am Wochenende teilweise unerträglich voll ist. Ja, nicht nur am Wochenende. Also, ich habe, glaube ich, schon für August nächstes Jahr reserviert, so ungefähr. Ja. Also, ich schreibe mittlerweile immer, egal an welchem Tag wir gehen, ob er zwei bis vier Plätze frei hat. Same. Same. Weil du kannst es auch, du kannst es auch nicht mehr so, früher konntest du sagen, unter der Woche easy. Geh einfach hin. Eigentlich schon. Und dann war irgendwann so, am Wochenende besser reservieren. Ja. Und jetzt ist so, egal wann du gehst, frag vorher. Ja. Rufe an, reservier. Sicher ist sicher. Ja. Übrigens, letztens im Umera gewesen, saßen zwei Jungs neben mir und dann kamen die, die waren dann bezahlt und sind dann noch kurz zu mir gekommen und so, hey Marv, können wir vielleicht ein Foto machen und so. Dann habe ich halt noch kurz mit denen gequatscht. Die sind literally aus Österreich losgefahren, haben ein paar Köpfe im Umera geraucht und sind wieder nach Österreich gefahren. Ernsthaft? Ja. Was? Dieses Ausmaß mittlerweile im Umera. Ja. Und dann auch noch zwei Jungs und von dem einen war noch die Schwester dabei, die sind auch aus Gießen oder sowas gekommen. Ist jetzt nicht so weit, aber trotzdem immer wieder wild. Das ist so geil. Und dann waren die auch am Anfang so, können wir vielleicht ein Foto machen? Ich so, ja klar, safe. Und dann haben wir aber bestimmt noch, also die hatten schon bezahlt und dann haben wir, glaube ich, trotzdem noch eine Stunde oder so geredet. Ja, aber es ist doch auch bestimmt für die Leute auch cool, wenn sie dich dann noch im Umera treffen. Ja, aber es ist auch für mich cool, die Leute im Umera zu treffen. Ich glaube, den Part vergessen die meisten und dann sind die so, ah, ich habe Angst, dass der genervt ist. Und so, nein, Digga, ich finde es geil. Wenn du mir erzählst, dass du literally eine Stunde gefahren bist, um die Bar zu testen, von der wir sagen, dass die geil ist, dann finde ich das nice. Ja, safe, zuhundertprozentig. Ich finde es auch immer wieder cool, wenn da Leute auskennen, Kaiserslautern war es letztens oder sowas. Überall. Nur ins Umera fahren. Ja. Das ist krank. Oder auch, wie viele das jetzt irgendwie so, letztens war eine im Umera, die ist dann aus Aachen gekommen, aber die war irgendwie in Österreich und dann hat die auf jeden Fall ihre Freunde überredet, dass sie auf dem Heimweg nach Aachen unbedingt noch im Umera halten müssen. Ach, krass. Und dann sind die da extra nochmal ins Umera gefahren. Vor allem, es gibt ja in Obershausen nichts. Nö, nada. Nö, nada. Yes. Nö, nada. Gut, wo waren wir denn, bevor wir jetzt auf so ein Umera gekommen sind? Es war noch in der Marrakesch. Genau, wir sind in der Marrakesch. Mit der Alfacher Black Nana. Alfacher Black Nana. Sehr gut. Man kennt es. Nee, auf jeden Fall. Ich wünschte, du hättest den probiert. Ich würde wirklich gerne wissen, was hättest du dann bekommen? Meine Freundin hat dann den Black Nana genommen. Ja. Und es war Black Nana. Von Alfacher. Von Alfacher. Verstehe. Es war einfach eins zu eins. Nämlich Black Nana. Es war einfach Nämlich Black Nana. Ah, wo ich drauf hinaus wollte, als du das gesagt hast. Wieso kennen sich Shisha-Bars nicht mit Shisha aus? Wenn du in eine Werkstatt fährst, dann müssen die ein Auto reparieren können. Wenn du zum Zahnarzt gehst, dann musst du deine Zähne reparieren können. Und wenn du in eine Shisha-Bar gehst, dann müssen die deine Shisha-Reparieren, äh, zubereiten können. Die Shisha-Reparieren. Man kennt's. Nee, aber so. Verstehst du? Also das ist doch deren Job. Ja. Und wenn das dein Job ist, dann musst du dich mit dem Scheiß auskennen. Aber es reicht für die... Das ist wie, als würde ich meine Videos mit dem Scheiß Movie Maker machen. Ja, aber es reicht... By the way, Windows 11 hat einen sehr potenten Video-Editor direkt dabei. Echt? Ja, also falls noch jemand eine YouTube-Karriere plant, jetzt der Zeitpunkt. Das ist cool. Ja. Nee, aber ich glaube, für die Leute reicht das halt einfach. So, wenn die halt sehen, okay, das ist Traum Münster, nehme ich den halt. Egal, ob das ist Alfacher oder Nameless draufsteht. Ja, aber... Ja, ich... Du gehst doch nicht auch in ein Restaurant und erwartest dann einen Megisburger. Verstehst du? Ja, klar, natürlich. Aber auch selbst, wenn du dir denkst, wow, ich will ein Restaurant aufmachen, dann gibst du dich doch nicht zufrieden mit minderwertiger Qualität. Ja, aber... Also, ich sag ja gar nicht, again, das habe ich auch schon oft gesagt, ich sag ja gar nicht, dass alle Bars jetzt nur noch Premium-Pfeifen haben müssen und nur noch Funnel und HMD. Aber habt doch fünf Funnel, fünf HMDs, zwei Sorten Darkpland da. Ja. Mehr wollen wir doch gar nicht. Oder stell dir mal vor, die hätten gesagt, ja, wir haben einen Funnel da, kannst du haben, wir haben auch HMD, wir haben aber nur, weiß ich nicht, Darkside Lamp Blast und einen Must-Have Kiwi-Smoothie oder einen Blaze Lime-Hype oder sowas. Hätte ja vollkommen gereicht, natürlich. Dann nimmt man halt den Lime-Hype, aber dann wären wir trotzdem happy. Ja. Es ist gar nicht viel, so was... Was wir verlangen, in Anführungszeichen. Ja, was wir gerne hätten. Ja. Nee, aber das war halt auch wieder so die Auffassung von der Barsch. Es ist halt wieder so typisch, so typisch Shisha-Bar mittlerweile, würde ich fast sagen. Die hatten halt für jeden Geschmack eine eigene Pfeife. Also bei meiner Pfeife stand dann Apfel drauf, weißt du. Bei Apfel macht's ja auch Sinn. Ja, aber... Aber wenn's dann auch eine Love 66 Pfeife und sowas gibt... Ich geh mal davon aus, das gab's bei jeder Pfeife, weil du konntest dir nur eigene Flavor bestellen. Die haben dann, glaube ich, bei 13 Euro angefangen, ging bis 15 Euro. Und dann konntest du extra bestellen, mix your own bowl und das hat dann 17 Euro gekostet, dass du dann zwei Flavor mixen konntest. Dafür nehmen die Geld? Ja. Boah. Das ist schon wirklich scheiße dreist. Und dann erzählen die dir noch was von einem einfacher... Einfacher Blecknana. Einfacher Blecknana. Ja. Aber Doppelapfel war okay. Was ich bemengen muss, es gab keinen Kohlewechsel. Gar nicht? Oder gegen Geld? Nee, gar nicht. Einfach keine Option? Nee, es gab keinen Kohlewechsel. Also auch, ich hab da mal rumgeguckt, weil so nach einer Stunde hab ich gesagt, so so, wenn nicht jetzt, können wir eigentlich dann bald abziehen. hab ich noch rumgeguckt, ist da so kein Mensch Kohle bekommen. Also... Ist das wirklich auf Kohlewechsel? Lass mir aber einen Kohlekorb geben. Kann ich machen. Da war wieder eine gute Überleitung. Ähm. Ja. Ja. Ja, also die, äh... Doppelapfelpfeife war auf jeden Fall okay. Also es war halt, war halt ein Doppelapfel-Kamin-Setup. Kannst dir jetzt nicht so viel falsch machen. Deswegen ist auch das, mein, mein Credo, wenn ich in eine neue Bar gehe und merke, ist es jetzt nicht eine Bar, wo ich, der ich vertraue, dass es einen guten Mix raushauen. Bestell ich einfach Doppelapfel oder Traumminze. Doppelapfel war völlig fein. Wie gesagt, bei, ähm... Ich muss dich kurz unterbrechen. Ich glaube, wir müssen kurz dieses Thema ansprechen. Falls sich Leute fragen, was das ist. Das ist ein Prototyp von einem Mose-Kohlekorb. Und der hing jetzt gerade an meinem Regal fest. Das Ding ist aber, normal gehört da noch ein Einlegesieb rein. Das heißt, normal wäre das nicht passiert. Aber das Einlegesieb gibt es literally gerade nur als 3D-Trop-Prototyp. Und ein Sieb, worauf du deine Kohle legst, aus Plastik, ist halt zum Veranschaulichen eine gute Idee, zum Benutzen eine sehr schlechte Idee. Das heißt, wir wechseln den gerade doch mal. Bin gleich wieder da. Yes. Nee, aber wie gesagt, Doppelapfel war auf jeden Fall völlig fein. Die Traumminze war auch okay. War sehr, sehr frisch, muss ich sagen. Also in dem Kamin-Zitup auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann, weil ich das mal Kamin geraucht habe davor. Aber war auf jeden Fall annehmbar. Haben dann ganz gemütlich die Pfeife geraucht. Noch ein bisschen Monkey gespielt. Und sind dann auch nach, glaube ich, knapp eineinhalb Stunden sind wir gegangen. Und am nächsten Tag war auch schon wieder Abreisetag. Da haben wir dann einfach nochmal kurz ausgecheckt und waren noch ganz schnell beim The Alley gewesen. Noch ein Double-Tier to go. Zweites Ründchen. Drittes Ründchen. Drittes Ründchen. Alle drei Tage, wo wir da waren, waren wir mal da gewesen. Ja, und dann Heimfahrt war super easy. Ich muss sagen, die Strecke nach Berlin ist super angenehm. Hat super gut gefallen. Ich habe sogar, glaube ich, über eine Stunde rausgefahren. Eine Stunde? Ja. krank. Also ich glaube, wir... Bist du wieder mit dem S63 gefahren oder was? Ja, pst. Ach so. Sagst du das nicht online? Nee, nee. Okay, muss der Basti rausschreiben. Schneiden. Hoffentlich denkt er dran. Nee, aber es waren, glaube ich, sechs Stunden. Wir waren, glaube ich, um 19 Uhr angekommen. Sind, glaube ich, um kurz vor sechs, waren wir da. Also ich bin knapp fünf Stunden gefahren. Geht echt für Berlin? Ja. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Trip. Hat Spaß gemacht. Ja. Very nice. Genau. Ich bin jetzt gerade überlegen, wie wir es machen. Eigentlich kommt der Adventsmarkt von Ukraine als erstes. Ich habe auch noch Sachen gemacht. Nee, du hast keine Sachen gemacht. Doch, habe ich. Nein. Doch. Ich wollte als erstes die Story vom Essen gehen erzählen. Okay, dann erzähl deine Marv-Story geht essen. Classic Marv-Move. Classic Marv-Move. Ich bin im Food-Talk-Game angekommen. Mein TikTok besteht mittlerweile aus Film-Empfehlungen, Musik-Empfehlungen und Essens-Empfehlungen. Das ist mein TikTok. Das halte ich für eine Lüge. Wenn ich deinen TikTok aufmache, sehe ich immer nackte Frauen. Aber die habe ich doch auf meinem anderen Profil, damit das sonst keiner merkt. Stimmt, ja doch. Sorry. Ja, alles gut. Alles gut. Das ist dann mein Onlyfans-Talk. So habe ich auch den Account genannt. Just kidding. Anyway, ich habe auf TikTok viele Essensempfehlungen und da gibt es eine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Julia, aber ich weiß gerade nicht genau, wie ihr Profil heißt. Auf jeden Fall testet die immer so verschiedene Food-Spots. Und ich habe ja mit Cengiz und David so gerne das Korean Chicken auf dem Malediven gefuttert, als wir letztes Jahr mit Revoshi da waren. Und seitdem bin ich ja, habe ich ein Quest. Meine Aufgabe. Und das ist, die besten koreanischen Food-Spots in Frankfurt zu finden. Wir waren, letztens war ich mit Anna Korean Chicken essen, das war auch gut. Und dann haben wir aber gesagt, nee, wir müssen trotzdem noch weiter testen. Und dann waren noch Marius und eine Freundin, die Lisa, dabei. Und dann sind wir zu Sonamu. Sonamu nach Frankfurt gefahren. Koreanisches Restaurant, übrigens überragendes Restaurant. Ist saugeil. Ich war jetzt zweimal da, mega geil. Vor allem du sagst mir noch, hier Alex, das Sonamu, voll gut. Und mein so, Marius, das habe ich dir schon vor einem halben Jahr erzählt. Ich bin ein vergesstlicher Dummkopf. Was ich mir dich aufschreibe, ist weg. Übrigens, ich immer noch Mr. Lee in Frankfurt. Ja, ja, das habe ich mir tatsächlich gemerkt, dein Mr. Lee. Es soll aber gar nicht so sehr um Sonamu gehen, aber Sonamu, wenn ihr koreanische Küche mögt, dann auf jeden Fall da hingehen in Frankfurt. Überragend. Das Ding ist, ich fahre da hin, parke in der Berger Straße im Osten von Frankfurt, steige aus meinem Auto aus und sehe, rasch guck, Falafel. Und in meinem Kopf so ratta, 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 bing. Das hat die Julia vorgestellt auf TikTok und meinte, der Laden ist überragend geil. Und ich so, fuck, ich bin jetzt aber auf dem Weg zum koreanischen Essen gehen und ich musste nur noch 500 Meter laufen, dann war ich im Restaurant. Aber ich stand literally neben dem Falafelladen. Bin dann aber erst mal zum koreanischen Essen gegangen, Vorspeise, Hauptspeise, was getrunken. Und dann so, ja komm, wir rauchen noch einen Kopf im Studio. Und dann sind Anna und ich so zum Auto gelaufen und ich so, Anna, ich muss noch eine Falafel probieren. Anna guckt mich nur so an, so typischer Dummkopf-Marvin-Move. Sind wir da rein, übertrieben netter Kerl, sehr cooler Laden, mit Frankfurter Soße mit drauf, also grüner Soße. Ganz wild. Ganz wild, frische Minze mit drin, eine Avocado-Creme, Hummus mit drin und halt diese selbstgemachten Falafeln, überragend. Also wenn du mal auf der Berger Straße bist, auf jeden Fall hingehen, saugeil das Ding. Und dann hab ich's da dreimal reingebissen, war im Himmel, also ich war sowieso schon im Himmel, wegen dem geilen koreanischen Essen. Dann war die Falafel, das Falafel-Sandwich auch noch übertrieben geil, aber nach drei Bissen ging halt nix mehr. Ja. Dann hab ich mir den Rest eingepackt, dann hatte daheim noch was. Aber Classic-Marvin-Move, geht koreanisch essen, zieht sich danach noch ein Falafel-Sandwich. Da seh ich mich halt eigentlich auch, weil ich bin eigentlich nur dort... Das wär auch was, was original wir beide zusammen genauso gemacht hätten. Ja, zu 100 Prozent. Weil ich seh mich schon kommen, dass wir mal in den Tsunamo gehen, ich dann dran denke an die Falafel und dann einfach auf dem Rückweg auch sage, so ich nehm mir glaube ich noch ein Falafel-Duck auch mit. Ja, aber lohnt sich auch. Also selbst wenn du ein paar Mal reinbarst, ich hab dann den Rest, wir waren ja danach noch im Büro, dann sind die irgendwann weg, ich war noch ein bisschen am Arbeiten am PC und dann hab ich mir irgendwann nachts noch mein restliches Falafel-Sandwich reingeballert und das war übel nice. Also große Empfehlung. Große Empfehlung. Das war sehr nice. Und ich bin wieder im Schlittschuh-Game. Ja? Ja. Ich war früher so während der gegen Ende von der Abi-Zeit. was du erzählt. Schlittschuhfahren waren. Stimmt, wir haben Schlittschuh-Treffen auf der Schlittschuh-Special-Shisha-Cast. Genau. Ja, stimmt. Ja, aber ich war auch noch mal. Genau. Ich war noch mal, war auch wieder geil. Wieder nicht aufs Maul gelegt, ich bin wieder drin. Ey, du warst mit Kinga, ne? Genau. Kinga und Simon. Ja, war cool. Sehr cool. War sehr, sehr nice. Ja, das war schön. Wir haben aber auch tatsächlich Shisha-related Sachen gemacht. Und zwar, ja, wir müssen eigentlich anfangen mit Hookah-In. Genau. Ja. Hookah-In hatte ja schon, boah, wann war das? 2019 ein Shisha-Weihnachtsmarkt. Das war noch in der alten Location in Köln. Da war ich nicht mit dabei. Da warst du. Stimmt, da war ich mit Chris und ich glaube Marius noch aus Koblenz. Also About Hookahs. und Shisha-God. Aber ich glaube, Chris heißt mittlerweile anders auf Insta, wenn ich mich nicht irre. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Weil er hat mir dann auch zwischenzeitlich wieder über Shisha-God, egal. Auf jeden Fall, mit Chris und mit Marius waren wir in Köln damals, in der alten Location von Hookah-In noch auf dem Weihnachtsmarkt. Dann ist das Covid-bedingt leider ausgefallen für ein paar Jahre und jetzt war es aber wieder. Beziehungsweise, ich glaube, einmal war es noch, aber da konnte ich nicht. Letztes Jahr. War ich auf jeden Fall nicht gewesen. Auf jeden Fall waren wir dieses Jahr da, den Alex gefragt. Alex, fahren wir zusammen. Alex, yo, wollte ich dich auch fragen, machen wir. Dann ist noch der Testix bei uns mitgefahren. Der ist zwei Stunden aus Gießen mit dem Zug nach Frankfurt, um dann von Frankfurt aus mit uns zusammen zwei Stunden nach Köln zu fahren, um dann mit uns wieder zwei Stunden nach Frankfurt zu fahren, um dann zwei Stunden wieder mit dem Zug nach Gießen zu fahren. Das heißt, der Junge hatte an dem Tag vier Stunden Reisezeit. Auf jeden Fall haben Alex und ich, wie wir das immer machen, wenn wir irgendwo hinfahren, direkt geguckt, wo gehen wir vorher noch richtig gut was schnabulieren. Und dann haben wir, boah, weißt du noch, wie der Laden hieß? Dir hat jemand geschrieben gehabt. Ich muss da raus suchen. Also es war auf jeden Fall ein japanisches Restaurant, was für Ramen bekannt ist und der meinte, ey, supergeile Ramen, mega nice, müsst ihr auf jeden Fall hingehen. Der Alex sucht euch gerade noch den Namen raus. Ja, und dann haben wir den Testix eingesammelt, sind rüber gedüst nach Köln, sind erst noch in das Restaurant gegangen und der Alex hat den Namen. Genau, Daikan Izakaya Bar. Daikan Izakaya. Genau. Hi, matashiba, mabinis, konnichiwa, Alexen. Ja, und dann haben wir Ramen gegessen. Ich muss sagen, vom Ramen war ich enttäuscht. Ich fand es nicht egal, dass ich ihn kam, ich habe dran gerochen und war so, irr. Ja, gerochen hat es richtig cool. Es war auch so, so ein bisschen nach Kuhwiese. Umso länger, umso mehr du gegessen hast, umso besser wurde es, aber es hat mich jetzt auch nicht so geflasht, muss ich sagen. Und die scharfe Soße hat es rausgerissen. Stimmt, du hast noch scharfe Soße rein. Aber wir haben noch mehr Sachen bestellt. Wir hatten zum Beispiel beide die Crispy Sushi Rolls. Die war göttlich. Holy fuck. Die war... Da hätte ich hundert von fressen können. Und ich hatte, glaube ich, noch was. Du hast noch was gehabt. Achso, ich hatte noch, wie heißt es denn jetzt? Waren es die Teigtaschen, die du hattest? Ich hatte Gyoza, aber ich hatte noch was. Und zwar diese Hähnchenspieße. Wie hieß die? Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Und Tastix hat auf jeden Fall noch Avocado Steak. Ja, Avocado Steak. Da war er sehr, sehr begeistert von. Genau, und dann haben wir das schön gegessen und dann sind wir von da, glaube ich, auch nur noch fünf Minuten Zucker hingefahren. da musste ich noch Sojasauce trinken. Oh, stimmt. Ich habe ja den Prank vergessen. Der Alex musste irgendwann kurz auf Toilette und dann ist Tastix und mir die gute Idee gekommen. Der Alex hatte noch so einen Schluck Cola. Der letzte Schluck übrigens. Es war nichts mehr zu trinken übrig. Und was sieht basically aus wie Cola? Sojasauce. Also wird der Alex das bestimmt nicht merken, wenn wir einen kleinen Schluck Sojasauce mit Cola kippen. Einen kleinen Schluck vor allem, weißt du? Das war nicht so viel. Das war richtig gesehen, der Story, wie du nur so ein bisschen reinträufen wolltest und auf einmal so, ups. Eventuell entspricht das der Wahrheit, aber nur eventuell. Ja, dann kam der Alex wieder rein und ich schon so undercover, so mit meinem Handy gefilmt, von der Seite, hab das versucht, so komisch zu halten, dass er es nicht rafft, aber dass ich ihn trotzdem drauf habe, schön Weitwinkelkamera und dann hat der Alex das getrunken. Das war so ekelhaft. Und dann erst so, ernehmst du den ersten Schluck, du siehst nichts in seinem Gesicht und dann auf einmal so, ihr Wichser. Das war wunderschön. Das Schlimme an der Sache war ja, der Prank war schon bodenlos, muss ich ehrlich sagen. Bodenlos, funny. Das Schlimme war an der Sache, es war nichts mehr zu trinken übrig. Ihr habt ja auch alles ausgetrunken, das heißt, ich hatte diesen scheiß Sojasauce mit ein bisschen Cola-Geschmack die ganze Zeit noch im Mund gehabt, bis ich dann irgendwann was zu trinken bekomme. Man könnte behaupten, das hat den Prank erst so richtig gut gemacht. Richtig gut. Ist ja nicht so, als ob das ganze Restaurant leer gewesen wäre. Ich hätte dir auch noch ein Cola-Geschmack ausgegeben. Anyway, wir sind dann weiter zu Hukain gefahren und das war wunderschön. Das haben die richtig schön gemacht. Ey, wir parken da, wir laufen in die Halle. Erstmal standen wir auf dem Aldi-Parkplatz. Aber ich fall ihm hin. Ja, Alex? Erstmal standen wir auf dem Aldi-Parkplatz, weil irgendwie das mit der Adresse nicht so ganz geklappt hat. Ja, Navi war ein bisschen verwirrt. Aber wir haben es dann gefunden und sind dann da reingelaufen und das war wirklich unglaublich wunderschön dekoriert. Also, riesen Shoutout an Hukain. Die Halle wurde so wunderschön weihnachtlich hergerichtet. Es gab einen Weihnachtsbaum, überall hingen Lichterketten. Es waren Sitzmöglichkeiten aufgebaut. Es war so nice. Es lief Weihnachtsmusik. Es war wirklich sauge. Und wir waren ja sogar noch eine Dreiviertelstunde früher, weil wir dachten, na, dann kann man noch ganz in Ruhe quatschen, sich in Ruhe einen Sitzplatz suchen. Die Halle war dreiviertel voll, als wir gekommen sind. Ja, es war einfach schon voll. Aber Emre, Ehrenmann, hat einfach links direkt einen kleinen Platz für uns reserviert. Das habe ich aber ein bisschen schlecht gefühlt. Ja, schon ein bisschen. So ein bisschen trüber. Ja, also so wurde das halt für uns gemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie gesagt haben, so, ey, aber wenn wir kommen sollen, dann musst du die Premium-Sitzplätze frei halten. Obviously haben wir uns drüber gefreut. Obviously haben wir es sehr gerne angenommen. Aber es ist schon irgendwo ein komisches Gefühl, wenn er dann sagt, hier ist für euch reserviert. Und das sind so richtig schöne Sessel und Couch und so. Und sonst sitzen alle auf normalen Holzgarnituren. Ja, das ist wie bei O'Neill. Der hatte ja auch irgendwie diese Blogger-Couch. Und ich war so, nein, ich setze mich obviously zu meinen Leuten. Aber wir haben einfach unsere Leute mit zu uns geholt beim Hukain-Event. Ja, man muss halt auch dazu sagen, wir saßen eigentlich fast gar nicht. Also, wenn ich mal so überlege, wir haben, glaube ich, nur zwei Köpfe dort geraucht für die Zeit, die wir da waren, weil eigentlich immer, eigentlich war immer irgendjemand unterwegs. Also entweder warst du unterwegs, mal war ich irgendwie unterwegs, Ich glaube, gebaut habe ich tatsächlich drei, aber von dem, was ich geraucht habe, wäre das wahrscheinlich höchstens ein Kopf gewesen. Aber was wir geraucht haben, war Tangiers. That's right. Ja. Ja, weiß ich gar nicht, da haben wir dann auch noch nicht im Shisha-Cast von erzählt. Doch, da haben wir schon drüber geredet. Okay. Ich glaube, wir haben es angekündigt, dass wir... Aber ich habe noch mehr News zu dem Thema. Hast du noch mehr News? Ja. Also erstmal, um den Weihnachtsmarkt abzuhaken, genau, es gab Tangiers, es gab Focke Life, es gab Blaze, es gab Hokain. Es gab sehr, sehr krasse Angebote. Also das war erstmal der Tabak, den man sich einfach bauen konnte. Es gab eine kleine Tabaktheke, du bist mit deinem Kopf hingegangen, du konntest dir das komplett selbst bauen. Ich habe tatsächlich auch gehört, dass ein bisschen was geklaut wurde. Immer wieder, also wenn irgendjemand, ich hoffe, dass die Leute, die sowas machen, nicht auch Shisha-Cast-Hörer sind, aber falls das irgendjemand hört oder jemanden kennt, wirklich Schmutz. Du bist Abschaum der Welt, dass du die Gutmütigkeit von so Leuten ausnutzt, um dir Tabak zu klauen. Bei Events, wo sich der Arsch aufgerissen wird, dass da was Wunderschönes auf die Beine gestellt wird für die Shisha-Community und dann sowas auszunutzen, um Tabak zu klauen, wirklich Abschaum. Einfach nur bodenlose Abschaum. Das war mir so richtig unnötig, weil es war alles kostenlos. Ja, aber es haben sich Leute noch Köpfe für daheim vorgebaut und es wurde teilweise Tabak geklaut. Das finde ich sogar... Nee, ich meine halt so, dieser Gedanke, du musst dich mal Eintritt zahlen, sondern kommst kostenlos auf dieses Event drauf. Du kannst Testballern, Blaze, Fog Your Life, UKI, alles. Wir haben ja alles bereitgestellt, jede Sorte aufgemacht. Immer wieder war jemand an der Tabakstation geguckt, ob auch noch alles da ist, hat wieder aufgeräumt. Super gut drum gekümmert und trotzdem wird dann was geklaut, das finde ich so bodenlos. Einfach unnankbar. Kann man gar nicht in Worte fassen. Also wenn ihr irgendjemanden kennt, klatschen bitte einfach mit der Rückhand so fest, ihr könnt den Nacken. Einfach mal durchziehen. Einfach mal durch. Das hat wirklich nichts anderes verdient. Schmutz. Anyway. Wie oft habe ich heute schon? Anyway. Auf jeden Fall war es ein wunderschönes Event. Es waren sehr schöne Stunden, viele Leute getroffen, viele Sachen unterschrieben, gut unterhalten, viele Sachen probiert. Das war einfach geil. Hat einfach super viel Spaß gemacht. So, jetzt aber die Überleitung. Es gibt News rund um Tengius. Wir haben euch ja schon erzählt, dass Tengius nach Deutschland kommen soll. Das ging aber mittlerweile ein bisschen weiter. Die Leute, die, also in der heutigen Aufnahme, wie gesagt, heute ist der 23. am 22. hatte ich das letzte Mal streamen. Tengius wird ja über Hukain geholt. Also die Jungs, die auch Hukain, Fock Your Life, Blaze und sowas machen, die machen jetzt auch Tengius Deutschland. Das heißt, die haben sich mit Tengius zusammengeschlossen, die werden eine extra Firma für machen und die holen Tengius nach Deutschland. So, mit dem Johannes haben wir ja recht guten Kontakt und deswegen habe ich versucht, schon mal so ein paar Infos aus dem Johannes rauszukitzeln und habe auch ein paar bekommen. Das geplante Release-Datum ist Februar. Okay. Es ist ein geplantes Release-Datum und wie wir schon häufig gelernt haben in der Shisha-Szene, muss das nicht viel heißen. Seht das als groben Wegweiser, wann das ungefähr kommen könnte, aber das muss das nicht heißen. Es ist kein fester Release. Also das heißt nicht, im Februar ist auf einmal Tengius da, sondern... Aber es ist geplant. Genau, es ist geplant. Und es stehen auch schon die ersten fixen Sorten fest und zwar ist das Cane Mint, Kashmir Cherry, Peached Iced Tea, Lemon Blossom und Orange Soda. So, jetzt hat mir der Johannes aber erzählt, dass da noch deutlich mehr Sorten kommen sollen. Und ich so, ey Johannes, welche? Und er so, ja, das steht noch nicht so 100% fest und so, das müssen wir nochmal gucken. Ich so, Johannes, wie wäre es denn, wenn ich mit meiner Community im Stream ein Voting mache, welche Sorten kommen sollen? Und Johannes so, okay. Das heißt, wir konnten gestern aussuchen, welche Sorten von Tengius noch kommen. Ich habe die Abstimmung heute auch nochmal in meine Insta-Story gepackt. Das ist jetzt leider irrelevant für alle, die das jetzt erst hören, weil die Folge erst in wahrscheinlich ein, zwei Wochen rauskommt. Hoffentlich in der Woche, damit es noch 22 ist. Aber wir haben abgestimmt. Preis gibt es auch News. Ich habe immer vorsichtig gesagt, wenn du überlegst, in Deutschland kostet 250 Gramm Tengius, wenn du es teuer auf dem Schwarzmarkt kaufst, ungefähr 50 Euro. Es geht mal mehr, es geht auch weniger, manche kriegen es auch mal für 35. Aber wenn du die 50 Euro umrechnest, dann sind das auf 25 Gramm gerechnet 6,25 Euro. Und deswegen dachte ich mir, boah, wenn der roundabout 6 Euro auf dem Schwarzmarkt kostet, dann wird das wahrscheinlich 7 Euro mit Steuerbanderole kosten. Die wollen es aber so machen, dass das nur im Direktvertrieb verkauft wird. Das heißt, du sparst dich schon mal die Marge von Hersteller zu Großhändler, von Großhändler zu Einzelhändler, von Einzelhändler zu Konsumenten, zu Endkunde. Und deswegen wollen sie wirklich versuchen, das bei 5, 6 Euro zu halten. Klar ist das nicht schön, dass wir mittlerweile 5 Euro für 25 Gramm Tabak bezahlen, aber es hätte deutlich schlimmer bei Tengius kommen können. Aber auch das sind erstmal Vorabinfos, das ist noch nicht in Stein gemeistert, das ist nicht 100% fest. Aber das haben die Jungs jetzt mehrfach gesagt und deswegen glaube ich, dass sie das versuchen, bei 5 bis 6 Euro zu halten. Vor allem, ich muss ja auch sagen, Tengius ist irgendwie sowas Besonderes, wo ich dann sage, man kann auch mal 5, 6 Euro für einen Kopf Tengius ausgeben, weil die meisten werden es eh nicht daily rauchen. Du musst doch nur den Vergleich bringen. 25 Gramm Holster, 25 Gramm Nameless kosten auch 5. Ja. Und für einen Euro mehr kriegst du Tengius? Also, weißt du? Ja. So. Ja, auf jeden Fall haben wir gestern die Sorten gewartet, der Preis ist in Ordnung, der Release ist in Ordnung, wäre es schön gewesen, wenn das vor der 25 Gramm Regel gekommen wäre. Natürlich wäre das schön, wenn das günstiger wäre. Natürlich. Aber so ist es nun mal, der kommt halt jetzt, wenigstens kommt er endlich. Tengius ist jetzt eh nicht sowas, wo ich sage, das ballere ich am laufenden Band weg, außer kein Mint, der geht immer. Und dann kann man sich da auch mal ein 25 Gramm Tütchen von ziehen. Und wenigstens kommt er endlich nach Deutschland. Und ich habe noch andere News. Ich weiß nicht wie, aber es kommen die originalen Flavor aus Amerika. Ach krass. es wird sich keine Sorte ändern. Also wir haben noch nicht die finalen Sorten selbst zum Testen, aber das ist erstmal die Aussage, die ich bekommen habe vom Hersteller. Und gerade bei einem Cane Mint sowas zu hören, what the fuck. Das hätte ich mich auch nicht gedacht, weil wir konnten ja auf dem Event Cane Mint probieren. Und da haben wir noch kurz überlegt, ob das die Sorten sind. Ich war auch so, es wäre cool, aber es kann eigentlich nicht sein, dass ein Cane Mint mit TPT 2 so nach Deutschland kommt. Aber wenn das stimmt, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr kreist. Ich weiß nicht, ob vielleicht einfach die Aromen, die Tangiers benutzt, gar nicht in TPD erfasst sind. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe nur die Aussage, Cane Mint und auch die anderen Flavor kommen eins zu eins, so wie sie in den USA sind, auch zu uns. Und das ist, Digga, dann haben wir wieder eine perfekte fertige Minze. Ja. Das ist geisteskrank. Ja. Ich glaube, das war es aber zu den Tangiers News. Genau. Tangiers kommt, 5 bis 6 Euro, angeplant ist Februar. Sorten konnte man bei mir mitvoten. Die anderen Sorten genau, wichtig, auf dem offiziellen tangiers.germany Instagram-Account. Also wenn ihr da keine Updates verpassen wollt, dann da mal ein Follow da lassen. Oder bei uns werdet ihr das natürlich auch hören, wenn es da irgendwelche News gibt. Also bei Directly Shisha Germany oder Marvin Dutine. Ich muss den Namen immer komisch, weil wenn ich sage Dutine, dann findet es keiner. Da werdet ihr auch bei uns die Infos hören. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und das war auch nicht das einzige sehr, sehr geile Weihnachtsevent. Oder Alex, wie fandst du es bei Aeon? War geil? War richtig cool. War richtig cool. Ja, also ich muss ja sagen, ich bin leider krank geworden. Also ich habe ja schon erzählt, am Freitag habe ich mich schon nicht so ganz healthy gefühlt. Und Samstag bin ich dann aufgewacht und dachte so, so richtig gut geht es mir eigentlich nicht. Ich habe dann zwar noch angefangen zusammenzupacken, aber ich dachte dann so, ganz ehrlich, bevor ich der Leute anstecke, bevor es mir noch schlechter geht, dann bleibe ich doch lieber zu Hause. Ich habe dann kurz Mo Bescheid gesagt, weil eigentlich hätte ich auch mit Mo so ein bisschen die Moderation übernommen. Muss dann leider absagen. War auch die richtige Entscheidung, weil ich bin dann ein, zwei Uhr nochmal eingeschlafen und abends bin ich dann aufgewacht, so gegen 18 Uhr, hat dann 39 Fieber, also war dann doch ganz froh, wo ich zu Hause geblieben bin und ja, habe dann trotzdem so ein paar Storys gesehen und es sah echt sehr, sehr entspannend aus, muss ich ehrlich sagen. Ich muss noch kurz rauszügen, ich muss Nase putzen. Also Marv macht wieder Benjamin Plümchen, genau. Ne, aber so was ich gesehen habe, also ich habe vorher schon ein bisschen was gesehen, so die Stände schön da eingerichtet in der Halle selber, da wo eigentlich die Paletten stehen, es sah super schön aus und auch was ich gesehen habe, war nicht zu voll, also war nicht zu sehr überlaufen. Sehr angenehm. Haben sie sehr, sehr gut geplant. Bei E.ON muss man auch dazu sagen, die haben Karten verkauft. Genau. Aber du konntest dir basically verschiedene, hat auch jemand geschrieben, ich sage zu oft basically, deswegen wollte ich mich heute eigentlich zusammenreißen, aber jetzt doch eins rausgerutscht. Es gab verschiedene Modelle an Karten, die man sich kaufen konnte. Es gab die normale Eintrittskarte, dann gab es noch eine für Wichteln und dann gab es nochmal. Gab es drei? Also ich wusste nur normale und Wichteln. Ich dachte, es gibt noch was. Naja, auf jeden Fall gab es verschiedene Modelle. Genau, es war sehr gemütlich eingerichtet, es war einfach in dem Haller, in dem Lager, von wo aus auch die ganzen A.ON-Pfeifen versendet werden. Das heißt, du kannst praktisch in der Geburtsstätte der A.ON sitzen, kannst da eine schöne Pfeife rauchen und sitzt da in dem Lager. Das war echt cool gemacht, die haben einen kleinen Shop hergerichtet, man konnte Tischtennis zocken, es gab verschiedene Kopfbaustationen, es gab verschiedene Tasting-Stationen, die New GmbH war da, da übrigens auch News, aber die hatten wir schon beim letzten Mal mit drin. Jetzt kann ich aber sagen, ich habe die ersten Sachen probiert und das ist wild, freue ich mich drauf. Ich habe von, oh jetzt muss ich gucken, dass ich nichts durcheinander werfe, ich habe von, wie hieß die Mark nochmal, es gab Dosage und Perfekt, dann kommst du auch genau auf die nicht, auf die ich auch nicht komme. Auf jeden Fall habe ich den Pinkman probiert, der war komisch. Okay. Der war sehr lecker, aber bei dem Wort Pinkman, was erwartet man? Eine extrem süße Grapefruit und es war eine saure Grapefruit. Das heißt, der ist schon geil, aber das ist kein Pinkman. Also Name falsch gewählt, aber in sich ein sehr leckerer Tabak. Ich glaube, die Leute werden was anderes erwarten, wenn sie einfach nur hören, oh Pinkman, dann hole ich mir den mal. War aber trotzdem sehr gut. Und auch die anderen Flavor waren echt solide. Es gab zum Beispiel noch den Zigarre Vanille von Dosage und sowas. War cool. Dann war noch Wave Tobacco da. Von denen wusste ich ehrlich gesagt noch gar nichts. Habe ich aber auch ein paar Sachen probiert und die wollen zum Beispiel auch ein Zwei-Komponenten-System machen. Das klang auch alles ganz gut. Das war ziemlich nice. Ich habe meinen ersten Kopf mit dem Nevo HMD getestet. Und? Also ich konnte selbst, ich habe mir selbst einen gesnackt am Anfang direkt und konnte den da einmal rauchen. Ist halt auch immer noch nur ein Prototyp für alle, die vielleicht nicht wissen, was der Nevo ist. Der Nevo ist ein elektrischer HMD. Das heißt, du ersetzt den Onmona, Kranik, K-Laut, was auch immer ihr benutzt, durch einen elektrischen HMD. Sprich, das ist der HMD mit noch Heizspiralen drin. Das Ganze hängt am Strom. Es sind aber auch Akku-Packs geplant. Der hat eine 10-Minuten-Aufheizphase. Leider gab es genau in den 10 Minuten einen Stromausfall. Und deswegen war meine Aufheizphase eher so 18 Minuten lang. weil ich fast durch war und dann ist die Sicherung rausgeflogen. Und bis sie wieder drin war, war das Ding wieder kalt. Das heißt, ich habe ein bisschen länger gewartet. Man merkt, dass die Jungs nach und nach gute Fortschritte machen, aber er ist immer noch nicht serienreif. Es gibt auch übrigens kein Release-Datum. An dem Ding wird so lange weitergetüftelt, bis die Jungs sagen, jetzt ist er ready, jetzt kann er auf den Markt kommen. Das finde ich aber auch gut so. Der einzig richtige Weg. Der einzig richtige Weg. Ansonsten ist das am Ende wie in der Videospiel-Szene, dass zum Beispiel MW2 COD rauskommt und das Ding voll mit Bugs ist. Das willst du nicht. Dann warte ich lieber länger, bis das Ding gescheit ist und dann kann er auch rauskommen. Vor meinem Nevo kannst du schlecht nachpatchen. Genau. Also geht schon, die Software, aber die Hardware zumindest nicht. Geschmack, geisteskrank. 10 von 10, das war heftig. Ich habe das erste Mal auf der Intertabak geraucht und muss auch sagen, ich war da super happy, als ich den probiert habe, weil es war glaube ich ein Köpfchen Roséa und es war der reine Geschmack ohne irgendwie Verfälschung oder so. Das ist Wahnsinn, wie das Ding den Geschmack verändert, oder? Oder wie der Nevo nicht den Geschmack verändert, aber unsere Kohle den Geschmack verändert. Also es ist wirklich mindblowing. Es ist selbst für Leute, die seit über 10 Jahren Shisha rauchen und das mittlerweile als Beruf machen, war das mindblowingly new. Aber wie war das für dich? Also einmal, wie hast du den Kopf gebaut und wie hast du Overpack gebaut? Geht das bei dem Nevo? Und wenn ja, wie hat sich das verhalten von der Hitze her? Also ich habe vorher einen an dem Stand von den Jungs probiert, der war auf Abstand gebaut und dann habe ich gesagt, nee, 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 so nicht, so nicht. Dann habe ich mir ein Popo gebaut mit Vollkontakt, will den Nevo draufsetzen, ging nicht. Okay. Weil das Kabel ist zu lang und du hast so eine kleine Konsole dran, wo du die Hitze einstellen kannst und da hängt dann das Kabel dran, das ist mit Strom versorgt. Und das ist zu lang und zu starr, als dass du es mit einem Popo benutzen kannst. Wissen die Jungs aber auch und deswegen kommt da noch ein 90 Grad Adapter dran. Das heißt, das Problem wird für die finale Version sowieso behoben. War aber jetzt bei mir noch so. Das heißt, ich habe mein Köpfchen beiseite gestellt, beziehungsweise habe ich es Anna gegeben und gesagt, hier Anna, ich habe dir den Kopf gebaut. Also sie wusste schon. Ja, und dann habe ich mir noch mal einen Wandenberg gebaut auf Vollkontakt. Neben Plug. Plug habe ich gebaut. Und das funktioniert auf Vollkontakt. Also es ist halt ein bisschen nervig mit dem Saubermachen dann unten drunter, weil obviously Elektrogerät in Wasser einlegen. Du kannst die Platte abnehmen, oder? Genau, du kannst die Platte abnehmen. Das war jetzt für mich bei Aeon halt nicht machbar, testbar, ging halt einfach nicht. War aber sehr gut. Mein einziges Problem ist noch die Rauchentwicklung. Die ist halt noch nicht so krass wie mit einem Onmo und zwei, drei Kohlen drin. Ich sage mal, dem Rauch würde ich, wenn jetzt Onmo Vollkontakt eine Zehn von Zehn ist, dann ist das eher so eine Sechs von Zehn. Also so ein normal gebautes Kamin-Setup aus der Shisha-Bar, das haben sie schon. Aber das ist halt nicht Ziel. Ziel ist halt schon wirklich unsere Setups, die wir daily rauchen, und so rauchen ja auch die Aeon-Jungs, das muss ersetzbar sein. Oder das muss vom Qualitätsstandard her erreichbar sein. Und das ist es noch nicht ganz, da ist es eher so eine Sechs von Zehn. Aber auch so ist das schon eine extrem coole Experience, mit dem Nevo zu rauchen. Und dann sind wir auf den Punkt Kosten gekommen. Das ist natürlich für viele erstmal ein kleiner Dorn im Auge. Das Teil soll und auch das ist nur eine grobe Schätzung. Es kommt drauf an, wie viele Prototypen müssen noch gemacht werden, wie lange muss da noch Arbeit reingesteckt werden, wie viel Testing muss da noch betrieben werden. Das spiegelt sich natürlich alles am Ende im Preis wieder, weil das Geld muss reingeholt werden. Auch wenn die Aeon-Jungs mit Leidenschaft dabei sein, am Ende des Tages ist es eine Firma und die muss Geld verdienen. Das heißt, du musst gucken, wie viel hast du in ein Produkt reingesteckt, wie viel kostet es dich jetzt und dann kannst du dir deine Marge ausrechnen und dann weißt du, wofür du es verkaufen willst. Geplant ist irgendwas zwischen 2 und 300 Euro. Das könnte auch maybe noch 400 Euro werden, vielleicht gerade am Anfang. Man weiß es noch nicht genau. Aber selbst wenn das Teil, sagen wir mal von den 2 bis 300 Euro, wenn es 300 Euro kostet, weißt du, wie viel Kohle du dir ersetzt? Hast du die Rechnung mal mitgekriegt? Weil wir haben es durchgerechnet. Pass auf, ich rechne es nochmal für den Shisha-Cast vor. Die wichtige Info ist, der Nevo soll eine Betriebslebenszeit von 10.000 Stunden haben. Und in 10.000 Stunden mal 3 sind das 30.000 Kohlen, die du ersetzt. In einem Kilo Kohle sind 64 Würfel drin. Das heißt, du ersetzt 486 Kilo Kohle mit einem Nevo-HMD. Was bedeutet, wenn wir von einem sehr günstigen Kilo Kohlepreis ausgehen, von 3 Euro, sind das 1.406 Euro, die du an Kohle sparst. Und 3 Euro ist? 3 Euro ist günstig. Und vor allem, du musst ja auch, also klar, du musst erst mal 10.000 Stunden rauchen, aber der Break-Even ist ja viel früher. Der ist ja bei ungefähr 3.000 Stunden dann. Und wenn du von einem Kohlepreis von 5 Euro ausgehst, was denke ich der Durchschnitt ist für die meisten Leute. Ich will sogar mittlerweile 6 Euro sagen. Ja, also wenn du dir Online-Black-Coco ein Kilo ziehst, meistens 96 sogar. Aber sagen wir mal, die meisten kaufen deinem Angebot. Deswegen, selbst wenn du mit sehr günstigen 3 Euro pro Kilo Kohle rechnest, ist es immer noch günstiger, mit dem Nevo zu rauchen. Da brauchst du keine Ahnung. Ja. Und wenn jetzt Leute sagen, der Nevo braucht ja Strom. Der Nevo verbraucht unter 100 Watt. Und wenn du das gegenrechnest, was verbraucht der Nevo in anderthalb Stunden rauchen versus was verbraucht dein Kohleanzünder in 10 bis 15 Minuten anzünden, kostet der Nevo sogar weniger Strom, als das Kohleanzünden mit dem Kohleanzünder kostet. Also auch das, krass, krass. Also Kostenfaktor klar, es tut weh, erst mal 300 Euro auf den Tisch legen zu müssen. Vor allem, wenn man dann vielleicht 2 haben will oder sowas. Aber auf lange Sicht sparst du mit dem Ding trotzdem Geld. Wenn die 10.000 Stunden stimmen. Aber selbst wenn wir einen höheren Kohlepreis ansetzen und selbst wenn wir die Hälfte an Lebensdauer ansetzen, sparst du über die Lebensdauer von dem Nevo sogar noch Geld im Gegensatz zu Kohle. Das ist nur ein größerer Upfront-Invest. Und es ist einfach nochmal eine Innovation in der Shisha-Szene. Also das muss man ja auch mitbedenken. Es gibt es so noch nicht und es ist einfach ein... Komplett disruptiv. Und ich denke mir, du wirst mir da auch zustimmen. Weiß ich nicht. Jetzt schon. Jetzt schon. Und ich denke mir, du wirst mir da auch zustimmen. Das ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Einfach nochmal. Also wenn das wirklich noch die Rauchentwicklung so hinbekommt, wie wir sie gewohnt sind mit dem Geschmackserlebnis, was wir schon erfahren haben, da ist das für mich auf jeden Fall ein Safecall zu sagen, hol ich mir. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist seit Funnel-HMD, beziehungsweise generell HMD-Rauchen in Deutschland die krasseste Revolution, die wir jemals hatten. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der Schritt von Kamin auf Funnel ist nicht so eine bedeutende Entwicklung wie auf einen elektrischen HMD. Also es ist eine der krassesten Revolutionen, die wir im Shisha-Bereich in der nächsten Zeit sehen werden. Und deswegen bin ich fucking hype da drauf. Und es kommt ja auch noch dazu, was man ja auch nicht vergessen darf, du ziehst ja weniger, also ich weiß nicht, ob es gar nicht ist, aber es dürfte eigentlich gar nicht sein, keinen Kohlenmonoxid mehr. Ja, da sind die Jungs ein bisschen vorsichtig jetzt zu sagen, irgendwie das ist gesünder oder so. Nee, das will ich auch gar nicht sagen, dass irgendwas gesünder ist, weil ich meine Rauchen, es bleibt ungesund. Sowieso scheiße. Macht euch da keine falschen Hoffnungen, das ist Rauchen, solange ihr euch verbrannt ist, verschwillendes, verdampfendes Zeug in die Logo zieht, ist das mit Sicherheit deutlich schlimmer als einfach nur schöne, frische Luft. Genau. Aber trotzdem ist weniger Kohlenmonoxid besser als mehr Kohlenmonoxid. Das ist halt, wo ich auch noch so sehe, ist trotzdem noch mal ein guter Punkt, gerade für uns, die zwei bis drei Küffe am Tag rauchen. Ja. Und auch für Bars ein relevantes Thema, weil diese Shisha-Vergiftung, von der man immer hört, da ist eigentlich keine Shisha-Vergiftung, sondern eine Kohlenmonoxid- Vergiftung, Ergiftung. Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung, die von der ganzen Kohle kommt. Also wenn euch Leute in der Shisha-Bahn abschmieren, dann ist das meistens, weil die keine gute Abluft beim Kohleanzünden und Co. haben. Deswegen gibt es ja auch Kohle- Monoxid-Melder in der Shisha-Bahn, normalerweise. Hoffentlich in den meisten, ja. Aber wir kennen auch die Realität. Ja. Da wird das Ding dann einfach ausgemacht, sobald das angeht und genau so weitergemacht. Und dann weitergemacht. Ja. Ja, also das mit dem Nemo war auf jeden Fall extrem cool. Ich, es waren sehr, sehr viele von meinen SWGlern am Start, also so von den ganzen Discord-Leuten. Das war unglaublich nice. Da haben wir da zwei fette Tische reserviert, für uns sozusagen. Die haben alle Tickets geholt und dann haben wir uns da hingechillt und haben schön viele Köpfe zusammen geraucht. Klar, auch viel mit anderen Leuten geredet und so. War einfach ein wunderschöner Shisha-Nachmittag. Das freut mich. Für mich war es ein bisschen Krise, weil genau an dem selben Tag war auch noch ein Family-Event. Wir haben früher, als meine Oma noch gelebt hat, die ist jetzt leider ein paar Jahre gestorben, haben wir immer bei meiner Oma einmal in der Vorweihnachtszeit so ein kleines Family-Event gemacht, wo meine Oma einen Sauerbraten gemacht hat. Und dann hat sich da die ganze Familie getroffen, da haben wir zusammen Sauerbraten gegessen. Einfach so ein Classic-Family-Dinner-Weihnachtsding. Und das ist jetzt die letzten Jahre natürlich leider ausgefallen. Und dieses Jahr hat meine Tante gesagt, wir führen die Tradition von Oma fort. Das ist eigentlich voll süß. Ja, das ist ultra süß. Das einzige kleine Problem war, dass auf den selben Tag wird das Aeon-Treffen gefallen. Und das heißt, ich bin dann zu Aeon gedüst, bin dann um, ich weiß es nicht, ich habe noch mega den Fell gebracht. Ich habe vorher extra noch mal geguckt, wie lange ich fahre und bin auf 35 Minuten gekommen. Jetzt sind wir noch im Oma geguckt, als wir da saßen. Genau. Leider habe ich nicht, ich will jetzt den Ortnamen nicht sagen, auf jeden Fall habe ich ein Buchstabe vertauscht. Und dieser eine Buchstabe hat leider bewirkt, dass das nicht 35 Minuten waren, sondern eine Stunde und fünf war. Und wir haben uns noch gewundert, dass das so schnell geht. Ja, ich war auch krass, von Aeon in Odenwald so fix. Geil, Digga, da kann ich ja doch länger bleiben. Ja, ich war dann aber, ich habe ein bisschen Zeit rausgefahren, habe dann nur, war nur ein paar Minuten später, das Essen war auch noch nicht fertig. Also war am Ende doch alles easy. Aber für mich natürlich noch mal mehr Stress. Ich bin also in Odenwald geballert. Wir haben einen unglaublich leckeren Sauerbraten von meiner Tante bekommen. Es war sehr schön. Alle waren happy, dass Omis Tradition weitergeführt wird. Und dann waren wir abends aber doch für Omera verabredet. Das heißt, ich bin aus dem Odenwald wieder losgedüst nach Obershausen und habe mich dann noch mit den ganzen SWGlern ins Omera gesetzt. Und dann waren wir, also bei Aeon waren noch ein paar mehr. Aber ich glaube, wir waren im Omera immer noch irgendwie 17, 18 Leute oder sowas. Ja, also mein Bruder war noch ein Omera am gleichen Abend. Der hat gemeint, dass es gut voll war. Ja, also wir hatten halt Tisch 1, direkt an der Theke. Das war full, full, full. Vor allem hat mich Omis ja noch hops genommen. Ich hatte eigentlich für mehr Leute reserviert. Du hast doch fast noch die andere. Aber an dem Tag war dann Fußball und das hat Omis irgendwie nicht mit einberechnet. Und dann schreibt er mir, während ich auf dem Weg zu meiner Tante bin, Ja, Romav, sorry, ich habe da was verpeilt. Da ist ja auch noch Fußball. Und ich so, Digga, Omis, du hast mich jetzt einfach gefickt. Du hast mich einfach hops genommen. Ja, wir haben uns dann halt da ein bisschen reingekuschelt. Weihnachtliche Kuschel-Vibes. Super, super. Und am Ende des Tages hat es auch gepasst. Und dann hatten wir noch einen sehr, sehr schönen Abend im Omera. Das freut mich. Und speaking auf schönen Abend im Omera, eine Sache, die ich auch noch erwähnen will. Ich hatte letztens noch so ein, also ein Hausherrentreffen klingt jetzt zu hart. Ich habe gesagt, ey, ich bin am 17. im Omera. Wer von den Hausherren kommen will, sagt Bescheid. Schreibt mir, ich reserviere. Wir machen uns einen schönen Abend. Haben wir dann auch gemacht. Dann habe ich noch ein paar Sachen eingepackt. Also ein paar Geschenke für die ganzen Hausherren. Also ich glaube, jeder ist mit mindestens einem Kopf nach Hause gegangen und noch anderem Zeug. Ich habe da noch eine kleine Tabageraten-Challenge gebaut. Habe einen Kopf mit acht Flavern gebaut. Mit acht Flavern? Ja, mit acht Flavern. Und habe gesagt, wer auch nur einen Flavor daraus erräht, kriegt einen Kopf. Ach cool. Ja. Und mussten ja mir alle einfach auf Telegram schreiben, damit die sich nicht gegenseitig absprechen oder inspirieren oder sowas. Ja. Und dann haben wir noch ein bisschen Trivia, SWG-Trivia gespielt. Das heißt irgendwie Quizfragen. Was war mein erstes Video? Wann kam das erste Video? Wie viele Views hat der Channel insgesamt? Blablabla. So Sachen, ne? Ja. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das ist cool. Dann hatten wir da auch nochmal einen schönen Abend im Omera. Das ist doch sehr schön. Ja. Bevor ich jetzt weitermache. Kohle. Ich wollte gerade sagen, machen wir noch einen zweiten Kopf an. Ja. Meiner ist zu langsam. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was. Ich glaube auch, oder? Ja. Dann lege ich schon mal Kohle und übergebe das Wort an den lieben Alex. Vielen Dank. Ich war nämlich dann auch nochmal in einer Bar gewesen. Es war nicht im Omera, sondern im Chillout. Weil im Chillout gab es wieder, das war auch, ich glaube, am gleichen Tag wie das Haushandtreffen bei dir, am 17. War die, war aber wieder ein Smash-Turnier. So Super Smash Bros. Macht das Chillout regelmäßig. Ich glaube, zweimal im Jahr. Einfach kannst dich anmelden. Und dann gibt es da so ein kleines Smash-Turnier. Und da machen Kollegen von mir und ich eigentlich jedes Mal mit. Ich persönlich kann das Spiel eigentlich gar nicht. Meine Kollegen dafür ein bisschen besser. Aber ist einfach so mittlerweile so ein Ritual geworden. Und diesmal war es ein Zweierteam. Und ich habe schon ein HMD. Und ja, haben uns dann entspannt getroffen. Es ging um 17 Uhr los. Haben uns dann da eingetroffen. Haben erstmal ganz gemütlich gechillt. Jeder den Kopf geraucht. Ganz entspannt. Gibt es mittlerweile auch übrigens Funnel-HMD. Also wenn ihr auch aus der Nähe kommt, könnt ihr das auf jeden Fall empfehlen. Sehr nette Typen. Und ja, haben dann ein bisschen geübt. Und da gab es schon den ersten Fail. Und zwar haben mein Kollege und ich so ein bisschen vorher angefangen zu trainieren. Also was heißt trainieren? Wir haben uns, glaube ich, zweimal getroffen. Ein bisschen gezockt. Und haben aber nicht bedacht, dass Friendly Fire an ist. Wir haben halt angefangen zu üben. Und dachten so, ach, unsere Kombi ist eigentlich echt ganz cool. Weil wer sich damit auskennt, ich habe Wittler gespielt. Mein Kollege hat Zelda gespielt. Und haben beide Projektile, die sie abschießen können. Das heißt, wenn kein Friendly Fire an ist, ist es eigentlich eine ganz coole Kombination, um die Gegner so ein bisschen abzufucken. So, dann sind wir ins erste Probenmatch rein. Haben einfach gedacht, ja okay, einfach ein bisschen üben, ein bisschen warm werden. Fangen dann an. Und auf einmal merken wir, fuck, da ist ja Friendly Fire an. Und dann gucken wir so die anderen beiden, die schon ein bisschen da saßen, an und meinen so, ist das auch im Turnier an? War das klar vorher? Meinen so, ja, ja, ist an. Das wird auch im Turnier sein. Und wir so, oh shit. Das wird auf jeden Fall nicht gut werden. Ähm, ich schon so komplett so, okay, Gruppenphase sind wir direkt raus. Das war's dann auf jeden Fall. Weil ich bin nicht wirklich gut. Ich hab mich da halt so ein bisschen hinten hingestellt, hab meine Feuerbälle da abgeworfen, war so ein bisschen happy. Das hat natürlich so dann nicht funktioniert. Ähm, sind aber am Ende Gruppenphase, haben wir ganz gut überlebt. Ich glaub, wir haben nur einmal verloren in der Gruppenphase. Ne, zwei Mal haben wir verloren. Ähm, bei, ich glaub, vier oder fünf Matches. Also war auf jeden Fall so, dass wir, ich glaub, am Ende waren wir zweiter Platz in der Gruppe gewesen. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und im Viertelfinale sind wir dann leider auch schon ausgeschieden. Aber immerhin. Ja. Was heißt Gruppenphase? Das stimmt, ja. Das heißt, es gab Leute, die waren schlechter. Das, das stimmt, ja. Positiv bleiben. Ähm, war auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr cooles Event. Hat mega Spaß gemacht. Auch nächstes Mal bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Ja, du bist ja eigentlich immer dabei, oder? Ja, ich bin, also Smash-Turnier auf jeden Fall immer. Wir haben jetzt, wir versuchen, den Dennis da so ein bisschen zu bearbeiten, dass bald mal ein Mario Kart Turnier stattfindet. Dann komm ich mit. Kommst du dann mit? Dann komm ich mit. Sehr cool. Mario, von Smash Brothers, ich weiß, dass die Community cool ist und dass da geile Events sind und ich versteh gar nichts von diesem Spiel. Ja. Gar nichts. Ich hab auch am Anfang gar nichts. Ich hab dann so, ich glaub, beim ersten Smash-Turnier hab ich dann auch so meinen Kollegen gefragt, so, welchen Char soll ich nehmen? Welcher ist denn leicht? Wenn wir Mario Kart Turnier da machen, machen wir Team Shisha-Cast. Oh ja. Dann machen wir vorher Trainingslager mit Stream. Ja, da sehe ich uns. Gucken wir uns die ganzen Tricks und Tipps an. Die streamt ist ja auch live. Ja, wir rasieren dann da weg. Ja? Ja, ja. Nee, also ich mein, das Chillout streamt ist auch. Ja, ich hab's schon verstanden. Ach so, okay. Und ich meinte, wir rasieren dann dabei im Stream alles weg. Und dann muss der Chat, Shisha-Cast, Shisha-Cast. Ich fand das schon geil. Ja, wär geil. Ja. Ja, überred die mal. Mario Kart ist dabei. Ja, sehr cool. Team Shisha-Cast. Das sehe ich schon. Team Shisha-Cast. Team Shisha-Cast. Was ist das Ding? Das ist es. Das ist es. Das ist es. Okay, Cody geht by the way an. Hatten wir schon drüber geredet, was wir in den zweiten Köpfchen hatten? Ich hab gehofft, dass du es nicht ansprichst, weil ich weiß es bei mir gar nicht mehr, glaube ich. Ich hab, glaube ich, Pinkman Kiwi Stone hab ich, glaube ich, drin. Weißt du es bei mir? Ja. Nee, du machst Kino Cherry, Blary und Ice Baby, genau. Beide übrigens im Weibo Club einen neuen Colorways. Genau. Können wir eigentlich direkt drauf zu sprechen kommen, oder? Safe. Ich weiß nicht mehr alle Colorways. Ich weiß, dass das auf jeden Fall der Novi-Tech ist, der Stetten. Genau, Stetten. Deiner ist der Sevilla. Genau. Dann gibt es noch drei weitere. Es gibt noch den Dubai, der ist weiß. Es gibt noch den Istanbul, der ist rot mit so weißen Verzierungen drin. Und es gibt noch den Sydney, der ist so türkis-blau gehalten. Den Dubai fand ich richtig schön. Ja, ist halt clean as fuck, ne? Also es ist halt einfach so ein weiß, geht so ganz leicht in so eine Richtung beige. So off-white-mäßig. Ja, off-white. Ja, kann man schon so sagen. True. Ich hab einfach neue Farbe erfunden. Ja, aber stimmt schon, ne? So ein leichtes off-white. Nach wie vor 15 Euro. Nach wie vor schön wenig Tabakverbrauch. Also mit roundabout 15 Gramm kannst du da ein gutes Kontakt-Setup bauen. Sehr kompakt gehalten, was also gerade auf meinem Setup, finde ich, passt das halt perfekt. Mit dem Boost-Sleeve, innen schwarzes Carbon, außen die rote Feder und dann oben drauf der schwarz unten und rot oben gehaltene Viral Globes. Sehr geil. Plus der Novitec-Colorway, obviously auf der... Jetzt hab ich wieder obviously gesagt. Nee, basically war das Ding. Basically, ja. Obviously sehr, sehr schön auf den Novitec-Pfeifen. Also sei es die Novitec One oder auch die große Novitec. Ja, mit der One wird's auf jeden Fall eh so safe call. Also jeder, der eine Novitec One hat, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, den Globo Novitec zu holen. Definitiv. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich würde gerne die Meinung von den Leuten hören, dass wir einfach on-stream so den zweiten Kopf machen. Also nicht on-stream, also on-folgen-cast-Ding. Weil sonst haben wir immer, wenn wir früher zwei Köpfe gemacht haben, genau, haben wir mal Pause gemacht. Und dann haben wir einfach Cut, Cut und Kopf war an. Und jetzt so mit dem Kohlelegen und so und dann das zweite Köpfchen und so. Würde ich gerne wissen, wie ihr das findet. Weil heute ist so eine besonders entspannte Laberrunde, würde ich sagen. Ja, aber nicht vorbereitet haben, ne? Hä, wir sind ultra vorbereitet. Ja, stimmt. Was ist denn jetzt mit dir? Hast du mal die Liste an Themen gesehen? Nee. Ja, die ist auch in meinem Kopf drin. Ah, okay. Ja. So ein Ding ist das Ding. Hauptsache, wir haben eine extra geteilte Notiz mittlerweile für die Keynotes. Unser New Year's Resolution immer schön die Nose für die Folgen aufschreiben. Das wird niemals was. Ja, genauso wie unsere zwei Wochen rücken muss. Ja, wir sind auch bei Folge 75. Ja? Ja. Wir haben es in drei Jahren geschafft, nicht mal 40 Folgen hochzuladen. Du musst das andersrum sehen, Alex. Wir haben doch gelernt, dass die meisten Podcasts nach zehn Folgen aufhören. Und das waren doch irgendwie 90 Prozent aller Podcasts schaffen es nicht über zehn Folgen. Wir sind in der Top Ten an Produktivität, was Podcasts angeht. Und ja, der kommt jetzt nicht so regelmäßig. Aber nach wie vor, das ist ein Fun-Projekt für uns. Und solange wir Spaß dran haben, machen wir das weiter. Und wir haben es euch auch am Anfang der Folge erzählt, dass mit dem Geld ist für uns nur so weit ein Thema, dass wir den Basti bezahlen können und uns jetzt der Shisha-Cast nicht irgendwie noch was kostet. Und abgesehen davon ist uns das relativ egal. Der Alex und ich haben eine Ausrede, uns zusammen hinzusetzen und ein Köpfchen zu rauchen und über Gott und die Welt zu reden. Also alles gut. Ja, stimmt. So alles gut. Wir müssen die Leute halt warten. Gut Ding braucht Weile. Wir machen einfach die erste Folge im Jahr 23 und dann machen wir einfach Folge 76. Die 40 Folgen in der Zwischenzeit wurden leider aus Copyright-Gründen gelöscht. Ja, so ist das. Das wäre eigentlich funny, wenn wir einfach immer so eine Episode skippen. Oder, oh, was war denn das nochmal? Irgendeine Firma hatte damals bei ihren Personalnummern einfach irgendwie so random bei 700 angefangen zu zählen, damit die Firma größer wirkt, als sie ist. Digga, wir sind so dumm. Weißt du, was wir machen? Wir fangen einfach jetzt in jedem Jahr an mit einer 100 davor. Pass auf, wir haben jetzt Jahr 1, 2 und 3 abgehakt. Ne, wir sind jetzt in Jahr 3, ne? Ja. Wir sind jetzt in Jahr 3. Ne, wir sind jetzt in Jahr 4. Wir sind jetzt in Jahr 4. Das heißt, die nächste Folge ist Folge 401. Vier für die Season, eins für die Episode. Und dann kommen halt, weiß ich nicht, in dem Jahr, sagen wir mal, wir schaffen es alle zwei Wochen, dann kommen da halt 25 Folgen, sagen wir einfach mal, und dann geht das bis 425 und dann ist 501. Wäre doch funny, oder? Ja, würde auf jeden Fall noch mehr aussehen. Ich finde, wir machen das so. Ja, Basti? Weiß Bescheid. Ja, nächste Folge ist Folge 401. Das Einzige, was belastend ist, wir hätten keinen 100-Folgen-Special. Weißt du? Wir können es ja trotzdem einbauen. Wir bauen dann einfach irgendwann so 520, 100-Folgen-Special. Sogar die Verwirrung ist verrückt. Aber ich finde die Idee gar nicht so scheiße. Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Und irgendwann so, willkommen zur Episode 12.875. Also ich glaube, bis wir da sind, ist... Wir können ja auch einfach Folge 4001 starten. Und irgendwann so Guinness World Records, Shisha-Cast mit 13.875 Folgen. Täglich hochgeladen. Daily Uploads. Double Daily Uploads. Und wir machen das auch schon wirklich seit 32 Jahren, obwohl ich nur 30 bin. Ich wüsste nicht, was schief geht. Können wir uns doch mal überlegen. Aber ich finde den Vorschlag eigentlich ganz funny. Weißt du, was ich auch funny finde? Was findest du auch funny? Was ich funny finden würde? Was würdest du funny finden? Wenn du Kohle drehen gehst. Finde ich jetzt nicht so funny. Da kann er nicht Nein sagen. Ja. Wir haben auch noch ein anderes Themengebiet, über das wir heute mit euch reden wollen. Weil da für uns morgen Weihnachten ist. Und für euch wahrscheinlich gerade Weihnachten war. Wollen wir nochmal drüber reden, wie bei uns immer so Weihnachten ist. Also was wir so an Weihnachten machen. Wie bei uns Weihnachten mit der Family so normal aussieht. Einfach so komplett einmal irgendwie Weihnachten durchspielen. Ich glaube, das können bestimmt einige Leute interessieren. Weil es auch eine Frage ist, die ich im Moment gerne Leuten stelle. Was machst du denn an Weihnachten? Und da kriegt man ja die verschiedensten Antworten von... Ich habe zum Beispiel letztens herausgefunden, dass Paul Ribke mit seiner Family früher immer Döner essen gegangen ist an Weihnachten. Die sind spazieren gegangen und dann haben die sich einen Döner geholt. Und dann war ich so, Lul, what the fuck. Und die waren halt so, ja die wollten immer viel spazieren gehen. Und dann hatte halt keiner Bock zu kochen. Und deswegen sind die beim Spazierengehen einfach noch kurz beim Dönerladen vorbeigegangen. Und das fand ich schon sehr, sehr wild. Und dann hatte Paul irgendwann keine Lust mehr spazieren zu gehen. Und hat deswegen angefangen zu kochen, während die Family spazieren gegangen ist. Und dann gab es bei denen auch immer irgendwie Pute oder sowas. Das ist eigentlich auch cool, ja. Ja, aber das mit Döner, also dadurch, dass bei uns... Naja, dann will ich jetzt direkt rein starten. Bei uns gibt es immer richtig geil essen. Und dann könnte ich mich mit einem Döner an Weihnachten nicht anfreunden. Das stimmt, aber es gibt ja... Döner esse ich gefühlt zweimal die Woche. Ich habe auch letztens eine Weihnachts-Episode gehört von Baywatch Berlin. Und da haben die auch so ein bisschen drüber geredet. Scheiße, die waren früh dran. Die waren früh genug dran. Die waren früh genug dran, ja. Und die haben sich sogar gegenseitig beschenkt. Das fand ich eigentlich eine coole Idee. Ja, Alex. Ich habe dir eine Fernbedienung mitgebracht. Vielen Dank. Gerne. Verhalte ich. Kann ich mir die ausleihen? Kannst du dir ausleihen. Dankeschön, Alex. Kein Problem. Aber es ist deine Fernbedienung. Danke. Ja. Ne, aber die... Das finde ich auch so... Ich weiß nicht, wo das... Oder ob das so geografischer Brauch ist. Also dieses typische Kartoffelsalat... Kartoffelsalat-Würstchen. Genau. Gab es bei uns zum Beispiel nie. Aber das ist... Das ist bei uns auch nicht. Aber das ist ja wirklich so ein Ding eigentlich in Deutschland. Das ist kein Ding, das ist traurig. Ja, aber du weißt... Ja, ich weiß, das gab es bei vielen Leuten oder gibt es bei vielen Leuten. Aber da, wie gesagt, bei uns an Heiligabend immer richtig fett Essen angesagt ist. Wenn ich jetzt morgen zu meinen Eltern fahre und dann ständig da Kartoffelsalat und Würstchen hin, würde ich sagen, what the fuck? Ja, wo ist das? Ich... Inflation so reingekickt oder was? Ne, da bin ich voll bei dir. Bei uns gibt es auch immer echt geil essen und viel essen. Und das fände ich auch irgendwie komisch, wenn es dann so Kartoffelsalat und Würstchen... Also ich verstehe diesen Gedanken so, so dieses, was man hat zu schätzen. Ja. Aber es ist... Ich schätze aber auch eine Pute sehr. Ja. Ja, ich verstehe den Punkt so. Ist schon richtig. Aber... Ich bin auch froh, dass es bei uns einfach ein anderes Gebot ist. Dann wäre das schon ein massives Downgrade. Aber bevor wir jetzt zu oft umgehen müssen, was es denn bei uns gibt, damit wir es nicht spoilern, lass doch einfach drüber reden. Wie läuft denn Heiligabend bei euch ab? Also, Heiligabend bei uns im Endeffekt... Also, erst mal früher, als wir Kinder waren, war es immer so, dass meine Mom ihre Ruhe zu Hause haben wollte, wenn sie was vorbereitet hat. Das heißt, früher war es eigentlich immer so, dass... Ihr wurdet abgeschoben? Dass mein Papa, mein Bruder und ich sind dann meistens mittags zu Magus gefahren. Was? Haben dann da eine Kleinigkeit gegeben. Ja gut, aber für Kinder, ich weiß nicht, wie es bei dir war, für mich war es als Kind immer Highlight, wenn die Eltern mal gesagt haben, heute mal Magus. Ja, safe. So, 100%. Und dann sind wir mittags, also so früh mittags, sag ich mal, zu Magus gefahren. Dann hatte meine Mom ihre Ruhe zu Hause, wir hatten was zum Mittagessen, weil mittags gab es halt nichts. Und ihr wart wahrscheinlich hype, das fuck. Ja, natürlich. Und dann, weil wir wussten, dann gibt es abends halt nochmal geil essen. Ja. Es ist eine Taktik, mittags zu Magus und abends richtiger Reifressen, let's go. Ja, mittlerweile ist es eigentlich so, dass mein Bruder und ich, wir chillen meistens so bis nachmittags, rauchen den Kopf oder sowas, entspannt. Einer von uns beiden holt dann unsere Oma ab und dann setzen wir uns hin. Jetzt auch an dich die Frage, zuerst essen, dann Bescherung oder zuerst Bescherung und dann essen? Der einzige Weg? Mhm. Essen, Bescherung, Nachtisch. Ja? That's the way. This is the way. Ja, verstehe ich. Kurz eine Mandalorian-Reference. Ich glaube, bei uns hat es irgendwann geswitcht, also bei uns war das auch damals so. Mittlerweile ist eigentlich fast immer zuerst Bescherung, dann ganz entspannt essen und dann nach Essen ist runde Spielen angesagt. Das hat mir jetzt auch eine Freundin geschrieben, dass sie mal Brettspiele spielen an Heiligabend. Ich glaube, ich packe morgen auch meine Boardgames ein und nötige einfach mal die Familie zu ein paar Boardgames. Das haben wir bei uns jetzt auch seit ein paar Jahren so, also wir spielen keine großen Brettspiele mehr, weil meine Oma halt, bis du erklärt hast, wie dann zum Beispiel Sachen funktionieren, ist bei uns meistens entweder Mensch ärgere dich nicht oder Uno. Aber ist ja egal, einfach mit der Familie zusammen so ein bisschen was zocken. Und dann zuerst Bescherung, dann gibt's Lecker-Fondue. Also Rinder-Fondue? Ja, also mit Rind, Pute und Schwein. Okay, also nicht Käse-Fondue, Schoko-Fondue oder sowas. Klassik-Fondue mit Brot, mit Salaten, mit richtig geilen Soßen, also selbstgemachte Champignon-Soße, da freue ich mich schon richtig drauf. Also erstens, Pilze sind einfach ekelhaft. Zweitens, für mich. Zweitens, ich hätte so Bock nochmal mit dem Sandro ein schönes Räs-Fondue zu essen. Als ich bei Sandro war, ich habe ja die volle Schweizer Dröhnung bekommen, ne? Oh, da muss ich auch gleich noch was fragen. Erinnere mich an Schweiz. Da haben wir Käse-Fondue gemacht. Da sind wir beim Sandro im Ort in die Räs-Hütten gefahren, haben uns da schön Räs gekauft und dann haben wir schön Räs-Fondue beim Sandro auf der Veranda gemacht. Und gerade jetzt im Winter würde ich das ja nochmal anders fühlen. Aber ich glaube, ich wäre massiv enttäuscht, wenn ich das jetzt in Deutschland mache und nicht diesen geilen Schweizer Käse hätte. Ich bin normal nicht mal ein Käse-Fan. Aber in der Schweiz wurde der Marvin einfach zum Schweizer Käse-Fan. Das war geistgegangen. Oh, unsere Kuhle ist ready. Nice. Er hat zweieinhalb gerne zum Andrauchen. Genau, da wurde ich einfach zum Käse-Fan. Und da hätte ich jetzt in der Winterzeit nochmal übel Bock drauf. Also massiv. Aber ja, das wird wahrscheinlich nichts. Also zumindest nicht in der Weihnachtszeit. Zu dem anderen Punkt mit Schweiz komme ich gleich. Da muss ich mich mit Alex nochmal was fragen. Da weiß ich ja noch gar nicht, dass ich das anspreche, glaube ich. Nee, was für ein Schweizer Bruder. Die Frage ist noch. Nachtisch? Ja, also Fondue mit Salat, Brot und allem drum und dran. Nachtisch. Danke fürs holen. Gerne. Nachtisch immer irgendeine eigene Kreation von meiner Mutter. Also sie kocht super gerne und probiert dann auch über das Jahr, merkst du, dass sie so Sachen ausprobiert. Schon so die Weihnachtsvorbereitung? Ja, schon so ein bisschen. Hat zum Beispiel, aber macht relativ häufig mittlerweile, mein Bruder so drauf steht, so im Gläschen so Oreo-Nachtisch. Also so ein Oreo-Keksboden mit so einer Creme obendrauf. Boah, das klingt aber auch wirklich mies, geil. Und dann, das hast du auch schon mit Raffaello und Rocher und so weiter gemacht. Raffaello? Raffaello? Sagst du Raffaello? Raffaello. Was heißt das Raffaello? Achso, das weiß ich gar nicht. Schreibt es uns in die Kommentare. Alex Aussprache oder meine? Ja. Und immer so irgendwas Cooles im Gläschen. Manchmal, damals war es sehr häufig irgendwie mit Mascarpone, irgendeine Mascarpone-Creme. Boah. Ist auch immer geil. Ja. Und ja, und dann wird meistens noch ein bisschen weitergespielt, irgendwas. Und irgendwann... Ein Köpfchen? Ja, irgendwann fährt dann mein Bruder oder ich meine Oma noch nach Hause. Und bei meinem Bruder und mir gibt es dann... Also wir rauchen dann zu Hause ein Köpfchen. Oder was ich halt in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gemacht habe, dass ich dann mit meiner Freundin noch irgendwie in eine Bar gegangen bin. Ja, würde ich mich auch sehen. Danach noch ein bisschen Humera oder so. Ganz entspannt. Bei uns gibt es keine Experimente. Bei uns gibt es, ich weiß gar nicht seit wie lange, aber ich erinnere mich nicht an irgendein anderes Essen an Weihnachten. Gab es mit Sicherheit, als ich kleiner war, was anderes. Aber solange ich mich an Weihnachten erinnern kann, gibt es bei uns immer exakt dasselbe Essen an Weihnachten. Ich bin es auch nicht leid. Das gibt es einmal im Jahr bei uns und ich freue mich immer das ganze Jahr drauf. Außer sagen wir mal zwei Wochen nach Weihnachten. Da könnt ihr es wahrscheinlich nicht sehen. Weil wir das dann auch zwei, drei Tage, je nachdem wie lange man dran isst, wird das halt gegessen, bis das weg ist. Pute. Mein Papa. Morgens in der Küche ist Papas Aufgabe. An Weihnachten ist Papa dran. Papa kümmert sich um die Hauptspeise. Mama kümmert sich um die Klöße, Rotkohl, Pipapo. Schöne, eine schöne, dicke, am besten Butterball-Pute aus Amerika. Wenn man die kriegt, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Früher gab es ja noch PX und sowas am Flughafen, als mein Papa noch am Flughafen gearbeitet hat und man da noch rein konnte als Deutscher, gab es immer eine schöne, fette Butterball-Pute. Die wird dann noch gefüllt. Da gab es mal ein paar Abweichungen. Manchmal machen wir so American Stuffing. Also, basically so die Thanksgiving-Pute, Thanksgiving-Turkey aus Amerika machen wir an Weihnachten. Genau. Also, Pute gefüllt, dann Beilage, Klöße Rotkohl, relativ klassisch. Aber, Alex, Alex, das macht erst das ganze Gericht. Karamellisierte Maronen. Boah, das hört sich geil an. Holy fuck. Das hört sich. Holy fuck. Also, Maronen sind ja so Esskastanien, karamellisiert, dann diese Bratensauce dabei. Oh. Heilige Scheiße, ist das geil. Das ist so gut. Unvorstellbar. Und mein Papa, da waren wir, als wir bei meiner Tante waren, haben wir über Weihnachten geredet, was wir da so machen, wann wir was machen. Und dann sagt mein Papa so, hey, überlegt, ob er dieses Jahr mal weniger Maronen nimmt, weil die immer übrig bleiben. Und alle direkt so, nein, auf gar keinen Fall. Das kommt gerade, nee, nicht weniger. Und mein Papa so, ey, wir haben immer voll viel übrig. Wir so, nein, 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 nein. Aber Eddie ist davon zu wenig da. Das geht nicht. Das ist keine Option. Das darf nicht sein. Super. Fast die Zahne weggeroffen. So, wir auf jeden Fall schon alle. Herzinfarkt des Todes. Und wir haben ihn auf jeden Fall überredet. Also hoffe ich. Er hat gesagt, okay. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt einfach weniger gekauft hat. Dem Move würde ich meinem Papa auch zutrauen. Ja, das ist auf jeden Fall immer unser Essen. Jetzt muss ich auch schon einen Zug nehmen. Dann bei dir noch Nachtisch. Würde mich auch interessieren. Ob es da auch immer das Gleiche oder ist es dann auch so? Nachtisch hat schon variiert. In letzter Zeit sind wir aber einfach immer beim Klassiker. Vanilleeis, heiße Himbeeren. Oder heißer Bärenmix so. Das war mit meiner Oma früher immer. Als sie noch, früher sind wir mit meiner Oma noch am ersten Weihnachtsfeiertag. Hat sie auch immer Braten, Klöße, Rotkohl. Und dann gab es immer als Nachtisch Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Das war auch immer sehr, sehr gut. Ja, wir sind tatsächlich immer an Heiligabend nur die Family. Also nur mein Bruder, meine Eltern und ich. Früher war auch immer noch meine Oma dabei. Ganz früher waren auch noch Oma und Opa dabei. Meine anderen Großeltern, die auch direkt neben meinen Eltern wohnen, die fahren immer nach Marburg. Weil da leben ja Tante, Onkel, Cousine. Und die sind halt sonst alleine in Marburg. Deswegen fahren meine Großeltern meistens dahin. Finde ich auch okay, weil meine Großeltern sind sonst die ganze Zeit bei uns schon okay. Also natürlich wäre es mir lieb, wenn die an Weihnachten da wären. Aber ja, so ist das halt. Und die kommen dann meistens am ersten. Und dann geht man halt am ersten da nochmal rüber. Ja, bei uns war sonst früher immer so, dass am ersten Weihnachtsfeiertag war dann Resteessen eigentlich. Da gab es dann aus dem Restfleisch, was übrig geblieben ist, meistens Gulasch. Das erste Weihnachtsfeiertag war eigentlich immer super entspannt. Jeder hat getrillt. Alle hängen daheim rum. Genau. Weihnachtsfilme laufen. Als Kind die ganzen Spielsachen ausprobiert. Was waren so deine Top 3 Weihnachtsgeschenke als Kind? Boah, das ist super schwierig. Also ich glaube... Oder was ist ein Weihnachtsgeschenk, was dir im Kopf geblieben ist? Also was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, war... Boah, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Das war mein erster Laptop. Das war irgendwie so ein Dell-Laptop, so ein richtiger Brocken eigentlich. Wie halt früher alle waren. Und dann habe ich auch am gleichen Weihnachten, war das glaube ich, habe ich so einen Sitzsack geschenkt bekommen. Da habe ich mich auf meinen Sitzsack gechillt und habe die ganze Zeit Pinball gespielt. Ja, mit Windows XP oder was? Ja, genau. Killer. Das ist auf jeden Fall... Ansonsten, was halt früher immer geil war, war Lego. Ja. Lego Star Wars. Boah, wir haben jetzt auch so viel Lego gespielt. Ja. Das war aber auch immer Krise, weil mein Bruder hat dann irgendwann angefangen mit Lego. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag war es dann immer aufbauen. Und mein Bruder hatte früher super viel... Ich weiß, das kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Das war früher so ein Ding, so diese Minenarbeiter von Lego. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Also ich so ein bisschen futuristic-Style Minenarbeiter, so mit richtig coolen Bohrern und so. Und an sich super cool aufgemacht, aber das war damals für uns auf jeden Fall oder für meinen Bruder auf jeden Fall relativ kompliziert zu bauen. Das heißt dann am ersten Weihnachtsfeiertag saßen dann mein Bruder und ich und meistens auch meine Mom noch da und haben versucht, das Lego da aufzubauen für meinen Bruder. Das war manchmal ein bisschen Krise, aber das war trotzdem immer wieder cool. Geil. Das würde mir auf jeden Fall einfallen. Ich würde mich kurz entschuldigen für das viele Naseputzen. Ich weiß auch nicht, ne? Auch im Stream, das ist... Ich glaube langsam, Leute denken, ich putze mir den ganzen Tag hundertmal die Nase. Ist im Stream auch so viel? Ja. Das ist immer, wenn ich diese betonte Stimme habe, sage ich mal. Also im Shisha-Cast redet man ja vielleicht doch das eine oder andere mal anders, als man jetzt im Alltag reden würde. Ja. Und irgendwie geht dabei immer meine Nase zu. Krass. Falls jemand Tipps hat, haut die gerne mal raus. Also normal, ich putze mir am Tag vielleicht einmal die Nase. Normalerweise. Aber im Stream und im Shisha-Cast kann ich mir gefühlt alle halbe, dreiviertel Stunde einmal die Nase putzen. Krass. Das geht mir selbst auf den Sack. Ich weiß aber auch nicht, woher das kommt. Also mit Sicherheit irgendwie von dem, wie man dann redet, aber... Und atmet dann wahrscheinlich auch. Ja, aber vielleicht gibt es da ja einen Weg drumrum oder so. Ja. Weiß ich nicht. Atemtraining vom Auf. Schenke ich dir. Mein coolstes Weihnachtsgeschenk war, glaube ich, eins, das mein Bruder und ich zusammenbekommen haben. Und zwar war das die Playstation 2. In Verbindung mit neuem Fernseher für die Familie. Das war so ein Geschenk von der Familie für die Familie sozusagen. Also mein Papa hat halt einfach an Weihnachten einen neuen Fernseher gekauft. Ja. Und dann haben wir diesen neuen Fernseher zwei, ich glaube 42 Zoll. Weil wir hatten so classic deutsches Wohnzimmer, hatten wir halt so eine riesen Schrankwand. Und dann hat mein Papa einfach den größten Fernseher gekauft, der noch in diesen Fernseher-Cutout reingepasst hat. Und der hat sogar links und rechts an dem Holz so geschrappt, wenn du ihn reingedrückt hast. Also größer ging wirklich nicht. Ich meine, das waren damals 42 Zoll. Wir waren so, holy fuck, Digga, 42 Zoll Flachbildschirm. Junge. Elite, Digga. Elite. Und dann haben wir noch die Playstation 2 bekommen mit zwei Spielen. Einmal Eitoy und einem Boxspiel. Ein Boxspiel? Du hattest einen Kasten, den du an die Playstation 2 angeschlossen hast, an dem zwei Schnüre waren, die mit Handschuhen verbunden waren. Ach krass. Und durch die Bewegung deiner Hände und das... Wie bei der Wii-Theoretisch dann. Wie bei der Wii, nur in Steinzeit-Technik, hat das Spiel das herausgefunden. So, jetzt haben wir einen Fehler begangen. Mein Bruder und ich natürlich direkt so, lass fetzen. und wir bauen das so auf und spielen so die ersten Runden und sind so in den ersten Kampf, das war dann basically so wie Tekken. So ungefähr kann man sich das Game vorstellen. Und dann hatten wir einen weiblichen Charakter als Gegner und wenn du den geboxt hast, dann haben sich die Brüste bewegt. Meine Mom sieht das komplett ausgerastet. Komplett ausgerastet. Hat das Ding abgebaut, hat es auf den Dachboden gebracht und wir haben original eine Runde mit diesem Spiel gespielt. Nein. Wir haben es nie wieder gesehen. Ernsthaft? Wir haben es nie wieder gesehen. Ich weiß auch nicht, wie alt wir da waren. Ich weiß nicht, wann die Playstation 2 rauskam. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir eine Runde gespielt. Aber dann haben wir Eitoy gespielt und dann war basically alles andere vergessen auf dem neuen Flatscreen. Playstation 2, neue Spielekonsole. Eitoy, weißt du, auch noch hier so rumhampeln. Dann gab es so Spiele, wo du so wischen musstest und so Ninjas weghauen musstest. Das ist ein Killer. Absolut Killer. Und dann auch meine Eltern haben einen Fehler begangen. Die wussten nicht, dass die Playstation 2 eine Memory Card brauche. Und wir haben auch noch Tony Hawk's Pro Skater, nee, Tony Hawk Underground 2 bekommen. Tony ist Pro Skater Underground 2. Egal, ihr wisst, welche Spiele ich meine. Ohne Memory Card. Und das heißt, die Mission von meinem Bruder und mir für die kommenden Weihnachtsfeiertage war, wie weit schaffen wir die Story an einem Tag, ohne dass wir speichern können. Das Ding war, wir haben dann immer versucht, die Playstation über Nacht anzulassen, damit wir am nächsten Tag da weiterspielen können. aber nicht mit meinem Papa. Die Stromkosten von einer Playstation über Nacht auf gar keinen Fall. Ich glaube, jeder kennt es, man läuft aus dem Zimmer raus und der Vater brüllt, Licht aus! Genau so war es bei uns früher auch. Und deswegen war das natürlich ein absolutes No-Go, dass die Playstation über Nacht anbleiben darf. Und dementsprechend sind wir dann morgens aufgestanden, direkt mit Decke aus dem Bett im Schlamanzug runtergefetzt, auf die Couch gelegt, Hund neben uns gekuschelt und dann wieder rein in Pro Skater und dieser Moment, wenn du ins Wohnzimmer reingekommen bist und geguckt hast, fuck, rotes Licht. wieder aus. Feels bad. Und dann sind wir Instant am, was ist, 25.1., 26.2., am 27. Instant in Mediamarkt, Instant Memory Card gekauft, aber 25. und 26. war wild. War wild. Und dann haben wir es irgendwann mal auf die zweite Map geschafft und wir waren so, holy shit, Alter, ist so geil. Als man früher noch Konsolen bekommen hat, war auch geil. Also auch mein Bruder hat glaube ich damals auch eine Wii bekommen, dann mit dem Super Smash Bros dazu und das war dann auch unser Ding über die Weihnachtsfeiertage einfach hingesetzt und Super Smash Bros gesuchtet. Ja, ich finde Weihnachten verliert oder gerade dieses ganze Geschenke-Game verliert, sobald man den ersten Job hat, wo man dann ein volles Gehalt kriegt, nicht irgendwie so als Jugendlicher so einen Aushilfsjob mit Zeitung austragen, irgendwie so einen Basic-Nebenjob. Sobald man sein eigenes Geld verdient, verlieren Geschenke einfach rapide an. Auf einen Schlag ist diese Faszination weg, weil als Kind es gab keine Möglichkeit, sich als zwölfjähriger kleiner Bubi eine Playstation zu ziehen. Hattest du nicht. Wenn wir uns jetzt heute denken würden, ich will unbedingt eine Playstation haben, könnte man das natürlich machen. Und das nimmt so viel von diesem Reiz weg. Auch so, wenn meine Mom fragt mich dann so, hier, was wünscht sie denn? Ich so, ich hab keine Ahnung. Weißt du, was ich mir gewünscht hab von meiner Mom, als sie gefragt hat? Dicke Kuschelsocken und eine Decke. Ich hatte eine richtig coole Idee gehabt sogar. Und zwar hab ich ja Kilo Traube. Alle 200 Gramm Dosen, die du noch findest, Mama. Das wär schon witzig. Nee, ähm, und zwar, ich hab ja häufig Rückenschmerzen, Muskelschmerzen und ich wollte schon immer so eine Muskelpistole haben. Ach so, ein Massageding? Ja. Ah ja. Und ich hab mir die nie selber gekauft und das war für mich so, doch, ich glaub, das wünsch ich mir. Ja. Am geilsten sind eigentlich mittlerweile die Sachen, die man zwar geil findet, aber rationalerweise sich nicht denken, ja, da geb ich jetzt so viel Geld für aus. Ja. Das sind eigentlich so die coolsten Geschenke. Was kriegen deine Eltern? Ähm, meine Mom bekommt Schmuck. Also da haben wir, äh, mein Bruder und ich schenken meist, schenken eigentlich immer zusammen. Beziehungsweise, ich suche mit meiner Freundin das Geschenk aus, schenke es meinem Bruder und kriege das Geld. Er liegt noch einmal. Genau. Äh, haben da irgendwie Swarovski-Armband, irgendwas Schönes, einfach rausgesucht. Äh, mein Vater bekommt einen Gutschein für den Weinladen. Ja. Du musst einen reinlöten über Weihnachten. Let's go. Ähm. Und bei uns auch noch Weihnachtstradition. Ja. Mein Papa holt immer Carolus. Also so Starkbier, Weihnachtspier. Ah, okay. Ja. Noch nie getrunken. Dann wird's ja noch einer weggelötet. Ja, mein Bruder bekommt, äh, das hab ich zufällig gesehen, es gibt in, in der Zeil in Frankfurt, gibt's so einen neuen Pop-Up-Gin-Laden. Ähm, kannte ich vorher nicht, sind da reingegangen. Die hatten richtig coole Sets, also so Pleck-Gin, irgendwie mit Papaya und so weiter. Und das mit, äh, passenden Gläsern und so einem Portionierer dazu. Schönes Set, hab ich dann meinem Bruder, kriegt mein Bruder hin zu Weihnachten. Ja. Und, äh, mein Freund, ich schenke uns nichts. Okay. Zu Weihnachten. Und auch wirklich nichts. Wirklich nichts. Wir schenken uns nichts. Hier, dein 200 Euro schenkt. Du Wichser, du hast gesagt, du schenkst mir nichts. Nee, das war, also zum Geburtstag schenken wir uns, aber zu Weihnachten haben gesagt, wir schenken uns vielleicht selber was und fahren weg. Ja, aber. Das ist geil. Das ist geil. Ich hab eine Regel aufgestellt für meinen nächsten Geburtstag. Ich will keine materiellen Geschenke. Keine materiellen Geschenke? Nichts physisches. Ein Erlebnis, einen Gutschein zusammen essen gehen, alles cool. Ich will kein materielles Geschenk haben. Das machen wir eigentlich auch mittlerweile immer so. Also meine Freundin, ich schenke uns eigentlich immer nur so Ausflüge, Trips. Also ich jetzt zum Beispiel Berlin. Sie hatten wir letztes Mal Amsterdam, steht noch aus. Das war Amsterdam-Trip einfach. Das ist eigentlich auch immer das Coolste. Also so einfach zusammen wegfahren, irgendwas machen. Finde ich saunice. Gerade für eine Partnerin ist das übel geil in einer Beziehung. So dann könnt ihr was, ich weiß nicht mehr, wie ich mich hinsetzen soll. Das ist wirklich alles nix. Ja und zu Weihnachten ist halt so dieses, es müssen halt beide dann überlegen, was schenkt man sich und so weiter und dann haben wir halt, wir haben glaube ich wirklich von Anfang an gesagt so, nee, wir schenken uns gegenseitig einfach nichts und wenn, dann schenken wir uns was zusammen. Sau gut. Finde ich tausendmal besser. Wirklich tausendmal besser. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber jetzt ist es mir entglitten. Entglitten. Soll ich einfach weitermachen? Mach weiter. Ich schreibe, wenn es mir wieder einfällt. Ich war beim Erstmaßfeiertag, wie es früher war, mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich im Erstmaßfeiertag oder einer von beiden Weihnachtsfeiertagen bin ich dann bei meiner Freundin bei der Family und Schweiz. Schweiz. Reden ruhig fertig. Ich wusste das nur mal als Marker, weißt du? Und an dem anderen Tag gehen wir dann nochmal zusammen essen. Sehr nice. Ah, ich wollte dir noch erzählen, was ich meinen Eltern schenke. Ja, genau. Das wollte ich noch erzählen. Also bei meinem Bruder war es super easy. Der hat sein Gaming-Headset sowas von gefetzt. Also kriegt der ein Razer Gaming-Headset. Ich weiß, es geht gar nicht mehr den Namen. Ich habe mir so ein paar Vergleiche angeguckt. Da haben alle gemeint, ja, das ist geil. Das heißt, der kriegt ein neues Gaming-Headset. Meine Mama hatte präzise Wünsche. Die hat sich nämlich Zubehör für ihre KitchenAid gewünscht. Die habe ich ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, weil sie die schon ewig haben wollte mit meinem Papa zusammen. Und da wollte sie so eine Einfüllhilfe und so ein... Als ein Trichter. Nee, das ist so... Das ist... Eigentlich ist das nur ein gebogenes Blech. Okay. Aber das ist... Ja, irgendwie ist das halt so das Ding für... Keine Ahnung. KitchenAid-Zubehör. Und sie wollte noch irgendwie so einen Flex-Kopf-Aufsatz für die KitchenAid. Sie hat mir den Links geschickt, hat gesagt, genau das bräuchte ich. Ja. Genau das kriegst du. Punkt. Easy. Bei meinem Papa... Mein Papa und Geschenke ist eines der belastendsten Themen in meinem gesamten Leben. Kenn ich, ja. Egal, was ich meinem Vater geschenkt hab, die Hälfte davon liegt irgendwo originalverpackt noch bei meinen Eltern rum. Beispiel. Papa hat geburtstagig überlegt, was kannst du Papa schenken? Ich so... Mein Papa hat mir mal erzählt, dass er mit seinem Vater mal selbst Bier gebraut hat. Finde ich eigentlich geil. So, mein Papa ein schönes Selbstbier brauen? Habe ich das schon mal erzählt? Das hast du, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt. Okay, dann long story short. Habe ich ihm geschenkt. Nie angefasst. Das ist mittlerweile wahrscheinlich schon verschimmelt im Heizungskeller oder sowas. Keine Ahnung. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, was ganz Gutes. Sein Grillthermometer ist kaputt gegangen. Also habe ich ein neues Smart-Grillthermometer pipapo mit. Du kannst auf der App gucken, wie weit ist die Temperatur. Und ne? Dann die Weber Grillbibel. Steakbibel. Irgendwie sowas. Weil mein Papa halt im Sommer sehr, sehr gerne grillt. Und was habe ich noch? Ich habe auch noch mal Grillzubehör. Was habe ich denn noch geholt? Thermometer. Ah, ein Gewürzset von Ankerkraut. Also eigentlich unkreativ, aber ich weiß halt, das macht mein Papa im Sommer gerne. Das kann er safe gebrauchen. Das kriegt er. Punkt. Ich bin gespannt, ob Ankerkraut-Kommentare kommen. Wieso? War Ankerkraut das? Ach stimmt, das war doch jetzt hier mit Nestle. Ist mir egal, Digga. Ich mag jetzt Nestle auch nicht dafür, was die machen, aber wenn du auf alles hörst, wo irgendwo was scheiße ist, dann darf ich kein Y-Food mehr trinken, dann darf ich kein Ankerkraut mehr benutzen. Die Ankerkraut-Gewürze. Ich hatte letztes Jahr, hat mir meine Ex den Ankerkraut-Kalender geschenkt, Adventskalender. Der war nice. Die Gewürze sind killer. Mein Papa kriegt die Grillgewürze drauf geschissen. Ich glaube, das Schlechteste, was wirklich im Murchik-Kar-Cast gealtet ist, war, wie heißt er nochmal? Den du früher immer ganz gerne geguckt hast mit den Kliemann. Fynn Kliemann. Ja, das stimmt. Aber sein Content ist trotzdem funny und er ist trotzdem funny und wer gedacht hat, dass er das alles macht, um die Welt zu verbessern, ist halt auch ein bisschen naiv. Obviamente will der Typ Geld verdienen. Das fand ich nur so witzig. Aber die Art wie ist natürlich schmutzend. Die Cast-Volk kam raus und irgendwie zwei Tage später kam das Exposed und ich so, oh shit. Ja, ich weiß gar nicht, ob der sich jetzt gefangen hat oder ob der wirklich gecancelt wurde sozusagen. Ich habe keine Ahnung, was da dann jetzt Situation ist. Ich habe die Exposed-Videos gesehen, so was da abging und so weiter. Parabel-Ritter und so mit seinen 15 Videos dazu. Parabel und Bömermann. Ist das dann auch theoretisch bereichern, die sich natürlich dann auch alle an dem Thema. Also wenn die wissen, dass es bringt Klicks, dann bringt das Geld und dann bringt das Aufmerksamkeit. Obwohl ich die Aufarbeitung von Parabel-Ritter schon echt sehr gut finde. Ja, der ist meistens sehr so, die, das stimmt, da habe ich auch immer einen guten Eindruck von. Aber ich meine, theoretisch, wenn du das dann richtest, dann müsstest du sagen, ich mache keine Monetarisierung an und so weiter. Wenn du dann so einhoffst, ich mache das nur aus Überzeugung der Gerechtigkeit oder so was. Naja. Anyway, das ist, ich weiß nicht, ich habe da mittlerweile so das Gefühl, du darfst dann bald gar nichts mehr machen sei das Fleisch essen, Autofahren, Produkte von gewissen Marken kaufen. Also wenn du das alles durchziehst, das ist wie dasselbe Thema, wo hatten wir es denn davon mit den, mit den, mit den Plastikstrohhalmen. Wo dann Leute immer sagen, aber Hauptsache, die Strohhalme sind auf Plastik, aber der Dippen ist immer noch, die Strohhalme sind aus Papier, aber der Dippen ist immer noch aus Plastik. Ja, aber irgendwo müssen sie doch anfangen. Weißt du, dann versuchen die in die richtige Richtung zu gehen und alles was kommt, ist Backlash. So, die versuchen doch wenigstens Step by Step in die richtige Richtung zu gehen und obviously kannst du nicht von 0 auf 100 springen, aber wenigstens versuchen sie es und wenigstens bietet Burger King zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben wollen, jetzt schon alle Burger auch als fleischlose Alternative an. Also was willst du denn, die arbeiten sich doch in die richtige Richtung vor, aber du musst das genauso beim Abnehmen, weißt du, dann ich nehme ab und esse halt trotzdem meinen Döner manchmal und bin trotzdem bei Burger King und Leute so, wolltest du mich abnehmen? So, ja, aber das heißt doch nicht, dass ich mich jetzt den ganzen Tag von Gras ernähre. Doch. Nehme auf, du darfst jetzt keinen Faust aus dem Holz abnehmen. Nie wieder. Nee, nie wieder. Nie wieder. Ansonsten direkt Hölle. Mir geht das manchmal auf den Sack, dass Leute immer in diesem 0... Alex, kurz tot. Das war gerade viel zu stumpf. Auf jeden Fall geht mir das auf den Sack, dass Leute immer in diesem Schwarz- oder Weiß-Denken drin sind. Das meiste ist nicht schwarz oder weiß, das meiste ist irgendwo in der Graumasse dazwischen. Eigentlich immer. Und wenn du dich da langsam in die richtige Richtung bewegst, dann ist das doch super. So sagt doch keiner, dass du direkt auf alles verzichten musst. Ja, das ist ja eigentlich so das schlimmste Thema, auch wenn wir gerade kurz da bleiben. So bei dieser militanten Veganerin, so, die, die... die sie verbreitet sind, grundsätzlich ja richtig. Absolut. Aber wie sie es halt macht und wie sie halt mit den Leuten... Diese eine Szene, wo das Mädel sagt so, ich bin vegetarisch geworden und sie sagt so, ja... Warum nicht vegan? Ja, genau. Schmutz. Gerade, wenn du sowas shoppst, dann fängt die doch gerade wieder an Fleisch zu fressen. Das Lächerliche an diesem Konstrukt militante Veganerin ist doch, dass sie sich eigentlich auf die Flagge schreibt, dass sie möchte, dass mehr Leute vegan werden. Und alles, was diese Frau bezweckt, ist, dass Leute noch mehr Hass auf diese penetranten Veganer, die sich auf die Flagge schreiben, jeden Mensch davon zu überzeugen, hassen. Ja. Wirklich Hass. Ich kenne niemanden, der sagt, boah, stimmt, Digga. Die hat recht. Die hat mich überzeugt. Ich werde jetzt Veganer. Ja. Niemanden. Es gibt genug Leute in meinem Leben, die mich schon deutlich schöner zum weniger Fleischessen bewegt haben, Ja. als diese Frau null. Die hat null Impact. Und wenn das ihre Mission ist, dass sie möchte, dass weniger oder dass mehr Leute vegan werden, dann ist das absolut der falsche Weg. Ein lächerlich falscher Weg. Kurzer Rant. Ja, aber es ist halt so. Ja. Punkt. Weihnachten, Alex. Weihnachten. Lass uns doch zu schönen Themen kommen. Also erster, zweiter Feiertag, bei uns auch definitiv Reste vernichten. Meistens haben wir, wie gesagt, so eine Riesenpute. Das wollen wir obviously nicht wegschmeißen. Wenn schon mal ein Tier dafür sein Leben geben muss, dann sollte man das auch wenigstens aufessen, wenn man Fleisch essen möchte. Und deswegen wird das bei uns auch dann über die Tage halt einfach weggefuttert. Je nachdem, wie groß die Pute ist, die wiederholen, essen wir da vielleicht nochmal am ersten Weihnachtsfeiertag und maybe noch am zweiten. Was bei uns aber jetzt so eine neue kleine Tradition geworden ist, ist so ein bisschen das Familienkaffeekuchen am zweiten. Aber mehr so die größere Familie. Also so erste, zweite Weihnachtsfeiertag geht höchstens so bis Tante, Onkel, Oma, Opa. Du meinst Heiligabend? Heiligabend ist ja beides eigentlich. Also Heiligabend und erste Weihnachtsfeiertag ist bei uns höchstens so die engste Verwandtschaft. Also so weiter als über Tante und Onkel geht das nicht hinaus. Oma, Opa, Tante, Onkel, maybe. Aber in letzter Zeit haben wir es dann immer so am zweiten Weihnachtsfeiertag, dass es dann nachmittags Kaffee, Kuchen gibt und dass dann auch mehr Leute rumkommen. Also auch zum Beispiel so ein bester Freund von meinem Papa, irgendwelche Bekannte oder so. Wer halt Bock und Zeit hat, der kommt dann auf Kaffeekuchen rum. So und dann sitzt man so mit 10, 15 Mann im Wohnzimmer und Kaffeekuchen. Ist ja auch schön. Also auch ganz entspannt eigentlich. Ja, auch sehr entspannt. Sehr entspannt. Ja, bei uns ist Weihnachten auch nicht so vollgepackt. Also früher sind meine Mama und meine Oma immer noch in die Kirche gegangen, in die Church. Das haben wir ganz früher auch gemacht. Als Kinder wurden wir noch genötigt mitzugehen. Dann haben Oma und Mama irgendwann gemerkt, das bringt eigentlich gar nichts, die zwei Banausen mitzunehmen. Das heißt, mein Bruder und ich dürften dann immer mit Papa zu Hause bleiben. Mein Papa ist katholisch, meine Oma und meine Mama sind evangelisch. Das heißt, mein Papa ist dann manchmal alleine in die Kirche, aber ja. Wie lange bist du in die Kirche gegangen? Immer nur, wenn ich musste. Okay. Also ich meine so vom, wie alt? In dem Weihnachtsritual. Ja, also bis, wie alt warst du da? So 12, 13 würde ich schätzen. Ich weiß es nicht genau. Bist du evangelisch oder katholisch? Evangelisch. Du bist evangelisch? Also ich bin offiziell evangelisch. Okay. Also ich persönlich mache mir auch nichts drauf. Ja, ja. Weil ich bin auch evangelisch. Das heißt, wir saßen wahrscheinlich schon zusammen im Weihnachtsgottes. Was auch? Und ich wurde ganz früher noch genötigt, bei dem Krippenspiel mitzuspielen. Das ist deswegen fragig. Das heißt, ohne mein Wissen habe ich kleinen Alex im Krippenspiel in der, also für alle, die es jetzt nicht raffen, Alex und ich sind im selben Ort aufgewachsen. Das heißt, ich habe dich im Krippenspiel schon gesehen. Oh mein Gott, ich muss fragen, ob es da Aufnahmen von gibt. Dann leag ich alles in der Story. Alex, ich hätte es einfach nicht erzählen dürfen. Mama, warte, ich schreibe jetzt heute Baba. Weil eine Freundin von meiner Freundin hat nämlich wirklich ein Bild davon gefunden. Ich schreibe deiner Freundin. Die hat das doch safe. Ey, ich versuche, dieses Bild zu organisieren und dann schicke ich das Basti und dann schneide er es genau an der Stelle mit in den Shisha-Cast. Das sehe ich mich eigentlich nicht. Ist mir egal. Ich habe dich ja nicht gefragt. Freude hat deine Freundin. Ja, das wäre schon witzig eigentlich. Oh mein Gott, wen hast du gespielt beim Krippenspiel? Ich war... Warst du einen kleinen Jesus? Nee. Nee, Jesus ist ja Baby. Stell dir vor, die haben Alex einfach als Baby in die Wiege gelegt. Dafür war ich echt zu fett. Alex, ich war so, gib Traube, bitte. Nee, also, die... Was, da warst du als Baby zu fett? Was hast du gesagt? Zu fett? Zu fett? Ja, natürlich. Okay. Nee, ganz früher, also die erste Mal war ich eigentlich immer einer von den Bauern, glaube ich. Da gehörst du auch hin. Komm, den konnte ich nicht liegen lassen. Ja, ich weiß. Den konnte ich nicht liegen lassen. Der war auch... Nee, ich... Entweder... Vorlage. Entweder Bauer oder einer von den drei Königen. Eins von beiden. Und das letzte Mal, wo ich mitgespielt habe, habe ich, ähm... Josef gespielt, wirklich. Geil. Und wer war deine Maria? Meine Cousine. Ich glaube schon, ja. Ja, gut, aber Jesus war ja nicht der Sohn von Josef. Ja. Und daher ist das ja eigentlich okay. Geht ja noch durch. Geht ja noch durch. War keine Inzest. Glück gehabt. Habe ich gerade wirklich irgendwie die Überleitung von Krippenspiele in der Kirche zu Inzest gebracht. Ui, 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 ui. Again. Hölle. Oh mein Gott, du warst... Oh Gott, ich schreibe jetzt Michelle. Ich schreibe jetzt deiner Freundin. Ob sie dieses Bild hat, damit das ja nicht vergessen geht. Das kannst du ruhig vergessen, alles gut. Ich schreibe ihr jetzt. Sie denkt auch erst mal so, what the fuck. Weiß nicht, ich habe geschrieben, wir sind jetzt in der Aufnahme. Und jetzt kommt es einfach so random von dir. Hast du das Bild von... Von Alex... Ich muss mit einer Hand schreiben. Im Krippenspiel. Soll ich Gruppenspiel geschrieben. Ein Gruppenspiel. Ja, du musst mich eigentlich safe gesehen haben. Also es muss hier eigentlich von einem Unterschied her, musst du es eigentlich hinkommen. Kannst du mir das schicken? Wie sehr bereust du es, dass du es gesagt hast? Ähm, ich habe es so weit nicht gedacht, als ich das erwähnt habe. Ich merke schon, das ist ein Fehler bei mir, ne? Ja, ich merke schon. Oh, ich freue mich auf die Antwort. Bitte, bitte, bitte hat sie dieses Bild. Dann blenden wir das genau jetzt ein. Wenn jetzt nichts da ist, dann haben wir das Bild nicht bekommen. Schade. An alle Audio-Hörer. Einmal YouTube-Variante gucken. Du findest das Bild nicht. Gib mal kurz dein Handy. Nee, nee. Oh, das ist jetzt so nice. Oh mein Gott, ich werde es unbedingt sehen. Kann ich es wenigstens sehen? Ja, okay. Okay. Dann zeige ich es euch. Ja, sehen, nicht schicken. Ich mache mentalen Screenshots. Mentalen Screenshots. AI lässt sich mir das nachzeichnen. Ich fütter so die Bilder von dir in AI und zeige mir Alex beim Krippenspiel als Kind. Das ist ja zufällig. Ja, nee, da musste ich damals mitmachen. Wurde ich zugezwungen. Weiß ich ja nicht, ob ich die Geschichte glaube. Wie lange musstest du in die Kirche? Boah, ich glaube auch so bis 10, 11. 10, 11, 12, auch so um den Dreh. Du bist 95er-Jagern, ne? 98er. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Okay, das heißt, du bist 6 Jahre jünger als ich. Aber warst du dann schon so mit 5 beim Krippenspiel dabei? Kann schon gut sein. Das kann schon noch hinkommen. Also die Geschichte werde ich auf jeden Fall morgen meinen Eltern erzählen. Wenn wir beim Weihnachtsessen sind. Bin ich mal gespannt. Mama, kannst du dich noch an den Bauer beim Krippenspiel vor 20 Jahren erinnern? So, ja, der war richtig scheiße. Der hat immer seinen Text vergessen. Der hat so geschrien. Mama, ich will eigentlich viel Shisha rauchen. Wahrscheinlich eher nicht mit 5. Oder? Ne. Schade. Ja. Ne, ich wurde dann halt da immer zu genötigt mitzukommen am Anfang. Und dann haben Mama und Oma irgendwann eingesehen, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Die Jungs haben da eh keinen Bock drauf. Ja, bei uns war es dann irgendwie noch so 2, 3 Jahre so, dass auch meine Mom und meine Oma gegangen sind in die Kirche. Und irgendwann war es dann glaube ich so, dass wir einfach nur entspannt zu Hause Family gemacht haben. Also beide Mom und meine Oma haben das lange durchgezogen. Aber als dann meine Oma gestorben ist und dementsprechend auch nicht mehr an Weihnachten leider bei uns war, ist meine Mom glaube ich auch nicht mehr alleine hin. Ja. Und wie gesagt, mein Papa war ja eh anderes Lager. Ja. Oder sind die ja auch nicht zusammen irgendwie hin. Ja und da war, weiß ich immer noch, da lief immer Kevin allein zu Hause, bevor wir losgegangen sind. Das habe ich heute auch erzählt bekommen und ich war so, holy shit, stimmt. Das muss ich eigentlich dieses Weihnachten auch nochmal gucken. Das ist eigentlich ein Grundpfeiler. Und eine schrecklich schöne Weihnachten heißt der Film so. Das weiß ich nicht. War das Chevy Chase? Den habe ich auch nicht geguckt, glaube ich. Nicht, das ist sogar, ey, in dem Film geht es da drum, dass eine Familie will einfach nur ein schönes Weihnachtsfest. Und dann gehen die zum Beispiel in den Wald und holen so einen Baum und der Baum ist viel zu groß und komplette Katastrophe. Und fliegt vom Auto und all so einen Scheiß. Dann wollen die einfach nur unter sich eine gemütliche Weihnachten haben. Dann kommt aber der andere Part von der Familie, irgendwie der Bruder oder die Schwester oder so. Und die haben so eine Katastrophenfamilie mit so Katastrophenkinder. Und dann sind die alle zusammen in diesem Haus. Und ja, das ist einfach ein sehr geiler, sehr lustiger Weihnachtsfilm. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, maybe als Anregung für euch jetzt an Weihnachten. Ich glaube, es heißt eine schrecklich schöne Weihnachten. Ich google da. Wollte dich immer fragen, also so an Weihnachten oder so, die Heiligabend und erster, zweiter Weihnachtsfeiertag. Da laufen ja eigentlich überall immer irgendwelche Blockbuster-Filme oder irgendwelche Klassiker-Filme. Eine schrecklich schöne Bescherung. Schrecklich schöne Bescherung. Sagt mir aber was, aber ich glaube, ich habe den noch nicht gesehen. Überragend. Da laufen ja eigentlich immer so entweder so klassische Weihnachtsfilme oder so Blockbuster-mäßig. Jetzt habe ich gesehen, dass es auf ProSieben, glaube ich, läuft Iron Man. Und Iron Man ist zum Beispiel so ein Film, den würde ich niemals verbinden, dass er jemals an Weihnachten lief. Das ist wie Die Hard. Ja, den verbinde ich zum Beispiel, weil der läuft eigentlich schon immer an Weihnachten. Ja, komischerweise. Hat den den Screenshot geschickt. Dankeschön. Aber so, Stirb Langsam ist so, für mich so, der läuft immer an Weihnachten, den gucke ich mir auch fast immer an Weihnachten an. Aber irgendwann muss man ja mit sowas anfangen. Vielleicht ist jetzt Iron Man einfach das neue Stirb Langsam an Weihnachten. Aber passt irgendwie nicht. Passt Stirb Langsam? Jetzt schon. Aber früher gab es auch den, 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 ich habe überlegt, ob man deinen Namen irgendwie altern kann. Aber ist mir nicht eingefallen. Der Herr Alexandro? Nee, ist auch nicht gut. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gab es früher bestimmt auch irgendeinen Typ, der sich dachte, Stirb Langsam an Weihnachten. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist absolut kein Weihnachtsfilm. Heute ist es ein Weihnachtsfilm. Also Kevin allein daheim? Zuhause? Allein zuhause. Allein zuhause? Wusstest du, dass es davon mehr als vier Teile gibt? Nee. Krass, oder? Ich kenne, glaube ich, drei. Ich kannte. Es gab die ersten zuhause, dann gab es New York und dann? Dann, es gab dann noch einen, also die, ich glaube, nur die ersten beiden sind mit dem Schauspieler, also mit dem Originalschauspieler. Okay, dann sind die anderen auch Schmutz. Ja, genau. Ich habe mich auch nie gesehen, aber ich konnte mich auch nicht daran erinnern, dass es noch mehr gab. Es gab sogar vor zwei Jahren Neuauflage. Echt? Ja. Nie mitbekommen. Nee, ich auch nicht. Aber brauche ich auch nicht. Nee, ich auch, safe nicht. Also wenn, dann gucke ich mir Kevin allein zu Hause oder? Wo ist nichts, ist ausgegangen? Das ist schade. Unsere Weihnachtsstimmung ist hin. Unsere Weihnachtsstimmung. Aber wir haben noch ein bisschen Weihnachtsstimmung, ja. Wir haben ja echt verpeilt, diese Weihnachtsmännerkostüme zu bestellen, ne? Ja. Hätte ich uns eigentlich schon drin gesehen. Hättest du auch einfach nicht sagen müssen. Ist jetzt wohl raus. Eigentlich wollten wir beide heute im Weihnachtsmannkostüm hier sitzen. Ja. Wäre auch nice gewesen. Speaking of Weihnachtsmann, hattest du in der Kindheit, kam dann auch der Weihnachtsmann zu euch? Äh, nee. Also wir haben den nie gesehen, sondern bei uns war es immer so, wir mussten dann ins Kinderzimmer. Okay. Christkind, müssen wir auch gleich noch drüber reden. Er ist Weihnachtsmann. Habt ihr da einen Unterschied gemacht? Ja, safe. Nee, bei uns war es immer... Also Nikolaus halt, ne? Nikolaus ist der Sechste. Ja. Okay. Ja, okay. Das gab's bei euch nicht? Doch, doch, klar. Aber Christkind ist ja, ist im Endeffekt der Weihnachtsmann... Nein, Christkind ist das Christkind. Das kommt am 24. Ja, genau. So wie Santa Claus in den USA sozusagen. Genau. Der nachts am 24. Kommt am 25. Die Socken voll. Ja. Ja, bei uns war es immer so, an Heiligabend, dass dann... Wir mussten immer ins Kinderzimmer und da war noch nichts unterm Baum. Und da hat es immer so ein bisschen geraschelt und irgendwann wurde dann ein Glöckchen geläutet. Und dann waren die ganzen Geschenk und da waren. Bei uns war es genauso. Ja? Früher war ja immer meine Oma noch da. Dann war irgendwann so, haben die Eltern gesagt, so, ihr müsst jetzt hochgehen mit Oma und wir machen jetzt noch das Fenster im Wohnzimmer auf, damit das Christkind gleich reinfliegen kann und dann dürft ihr auch nicht aus dem Fenster gucken. Und dann waren wir mit Oma immer entweder in meinem Zimmer oder im Zimmer von meinem Bruder und dann war Oma auch so Wächter des Fensters. Wir durften nicht ans Fenster gehen, weil wenn wir nach dem Christkind gucken, dann kommt's nicht. Und aber ist irgendwann aufgeflogen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Alex, aber das Christkind, das ist eine Lüge. Nein. Das gibt's gar nicht. Weißt du, wie ich es herausgefunden habe? Du hast es herausgefunden. Ich bin ins Bad und normal war das Bad von meinem Bruder, meinem Papa und mir oben und das von meiner Mom unten. Und ich wollte aber nur schnell Hände waschen gehen, bin ins Bad reingelaufen. Rate, was ich gesehen habe. Die ganze Badewanne voll mit den Geschenken. Was für Christkind? Was für Christkind? Das ist alles eine Lüge. Ist ein Produkt. Vielleicht ist auch Aluhut-Movement von mir, aber ich stelle mal die wilde Behauptung auf, Christkind gibt's gar nicht. Ich glaube, das waren unsere Eltern. Ich glaube's nicht. Ich glaube, das hat einfach nicht den Eingang gefunden, hat es ans Bad gelegt. Oder es hatte zu viel zu tun an den Weihnachten und hat die Geschenke vorher schon bei uns abgedient. Ja, das kann auch sein. Das könnte natürlich sein. Okay, dann Christkind real. Ja. Ja, confirmed. Nee, aber dann waren wir immer oben im Kinderzimmer und dann mussten wir auch immer warten. Und bei uns war es tatsächlich auch so, dass Mama und Papa dann, als er das Christkind unten Geräusche gemacht hat. Und irgendwann gab es auch das Klingeln einer Leute, äh, das Läuten einer Klingel? Also wenn dann so rum, ja. Ein Glöckchen. Ein Glöckchen. Ein Glöckchen hat geklingelt. Du hast uns noch nie so schnell die Treppe runterpilzt sehen. Holy fuck, Digga. You wanna see some real speed? Ey, wir sind so schnell ins Wohnzimmer geballert. Meine Oma ist gar nicht hinterher gekommen. Und dann lagen da einfach die Geschenke. Aschallah. Das war immer nice. Das ist so ein cooles Gefühl auch einfach. Dieses Geschenke auspacken, so diese Faszination vermisste ich irgendwie, weil als Kind war das einfach was ganz anderes. Ja, ich freue mich auch drauf, wenn man dann irgendwann einfach selbst Kinder hat und das mit denen machen kann. Ich glaube, dann wird Weihnachten wieder richtig geil. Ja. Wenn es kleinere Kinder in der Family gibt. So dieses glänzende Augen. Ja. Einfach dieser Hype, dieser Weihnachtshype. So schon jeden Tag Kalendertücher aufwachen. Noch zehnmal schlafen, dann ist Weihnachten. Und so Sachen. Aber bei euch gab es nicht Nikolaus? Doch, klar. Achso, das schon. Du hattest nur wegen Weihnachtsmann. Nee, es ging mir nur um Christkind und Weihnachtsmann. Ja, ja, okay. Weil es ist ja eigentlich same, same but different. Ja, aber hattest du Freunde, wo an Heiligabend der Nikolaus gekommen ist? Nee, Nikolaus. Oder der Weihnachtsmann? Nee, nee. Der Weihnachtsmann? Ja, bei uns war es der Weihnachtsmann. Bei uns war es nicht das Christkind. Ah, okay, wild. Deswegen war ich gerade so verwirrt. Ah, nee, bei uns war es das Christkind. Genau, weil es ist, glaube ich, sogar so, dass, also allgemein ist es, glaube ich, eher so, dass bei uns das Christkind kommt, aber bei uns war es immer der Weihnachtsmann. Ah, wild, okay. Aber bei Nikolaus gab es auch noch. Das hast du als Kindheitlich hinterfragt. Nee, das war einfach so. Ja, das war einfach so. Verstehe. Ja, okay, und wie war es an Nikolaus? Nikolaus war es eigentlich immer so, dass wir dann einen Schuh rausgestellt haben und dann am nächsten Morgen war da immer irgendwas drin. Aber kam auch der Nikolaus? Nee, bei uns kam nie jemand. Bei uns kam der Nikolaus. Also bei Nikolaus war dann immer so, wir mussten die Schuhe am Abend vom 5. rausstellen und morgens, wenn es dann meistens in die Schule ging und wir dann die Tür aufgemacht haben und dann standen die Schuhe da vorne und dann war was drin. Sowas bei uns später auch, aber früher kam auch der Nikolaus zu uns. Nee, bei uns hat sich nie jemand verkleidet, also weder an Weihnachten noch an Nikolaus. Komischerweise hat auch immer mein Opa dann gefehlt. Der konnte irgendwie nie am Nikolausabend. Aber Nikolausabend gab es bei uns auch. Da haben wir uns dann auch mit der Family ins Wohnzimmer gesetzt. Ah nee, so krass hatten wir das nicht. Bei uns war der Schuh oder der Schuh noch draußen. Und der hatte auch immer einen Sack dabei mit den Sachen und aber auch die Rute. Ja. Und dann war das immer so, so Marvin, jetzt komm mal nach vorne. Warst du denn dieses Jahr auch ein artiges Kind? Deine Eltern haben mir gesagt, du hast nicht viel für die Schule gelernt. Doch, da war ja dann Schule, genau. So Sachen, ne? Und dann auch immer so, ja okay, tut mir leid, Nikolaus. Ich werde nächstes Jahr definitiv ein lieberes Kind sein. Na gut, lieber Marvin, dann habe ich doch etwas für dich dabei. Ho, 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 ho. Und dann gab es mal irgendwie so Kleinigkeiten, so Süßigkeiten, ne? Irgendwie was Kleines, so ein kleines Lego-Ding oder irgendwie sowas, ne? Ja. Und wenn du was wirklich Mieses gemacht hast in dem Jahr, dann musst du doch einmal über die Rute springen. Mhm. Und wenn du, also wenn wir mal wirklich Scheiße gebaut haben, gab es auch mal so einen kleinen mit der Rute, so. Aber nur, ja, also wir wurden jetzt nicht als Kinder geschlagen, das war sehr funny alles, ne? Ja, als Kind war natürlich trotzdem, es tut mir so leid, Nikolaus, ich werde wirklich lieber sein. War es bei euch so, aber früher als Kind, dann halte ich an, musstest du und dein Bruder irgendwas vortragen, wie ein Gedicht oder irgendwas vorsingen, bevor es Bescherung gab? Gott sei Dank nein. Mhm. Aber es gab durchaus Weihnachten, wo meine Mom auf die glorreiche Idee kam, uns ein kleines Blockflötenkonzert zu spielen. Und Mama, es tut mir leid, dass du das auf diesem Wege hier erfahren musst. Aber das war nicht nice. Zum Glück kommt die Folge nach dem Weiharsfeiertagen. Oh, alle Geschenke gecancelt. Aber du kommst nicht. Nee, das haben wir durchaus auch mal in der Realität erwähnt, dass das maybe nicht das größte Talent von meiner Mom ist, Blockflöte zu spielen. Oh, schön. Aber doch, das gab es auch. Oder früher mit Oma und Opa dann noch so ein paar Weihnachtsgedichte oder so. Ja, auch irgendwie so zwei, drei Weihnachten war das mal, wo auch meine Eltern und mein Tante und Onkel auf die glorreiche Idee kamen, dass wir doch hier ein Gedicht vortragen müssen. Aber das hat sich zum Glück nicht groß... Also ich finde, du wurdest als Kind genug genötigt mit dem Krippenspiel. Finde ich nämlich auch. Das ist wirklich too much. Das hat es zum Glück... Das ist mehr als ein Kind ertragen sollte. Das hat es zum Glück auch nicht durchgesetzt. Das sind so schöne Weihnachten. Wir freuen uns alle auf die Geschenke, Subi. Das war so dein Gedicht, ja? Genau. Genauso habe ich es auch vorgetragen. Ja. Mit der Pfeife nebendran. Das letzte Weihnachten war ja bei mir besonders. Da stand nämlich wirklich der Laptop nebendran mit dem Counter, wann es auf die 100k geht. Dann habe ich mir noch meinen Bruder geschnappt, bin noch ins Büro gefahren und habe noch Streamer angeworfen. Schon sehr, sehr wild. Das war auch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Dieses Jahr die Millionen. Schaffst du noch, ne? Easy. Ja. Easy. Wir haben noch wie viele Stunden? Weiß ich nicht. Ein paar. 26, 28, irgendwie sowas. Können schon noch klappen. Ich belief auf jeden Fall. Bist du eigentlich ein Weihnachtsfieber? So, so. Fucking zero. Ich auch überhaupt nicht. Wenn ich da, war ja der Bako Adventskalender aufgebaut. Und wenn ich jetzt sehe, die 23 darf ich heute noch aufmachen. Wenn du mir die gibst, machen wir die live im Shisha-Cast auf. Wollen wir die aufmachen? Ja, mach mal auf. Willst du die aufmachen? Okay. Ich hätte dir auch die Ehre überlassen, die 23 aufzumachen. Ich weiß, was es ist. Ja, weißt du nicht, was es ist? Also. Du bist auf ein Reinigungs-Set getippt, aber. Ja, Reinigungsplan. Safe, oder? Aber ich mach mal auf. Wäre ich jetzt auch von ausgegangen, aber. Ja, okay. Es sind Reinigungsperlen, aber es ist gut. Kann man immer gebrauchen, ne? So Perlen, die man in die Bowl wirft. Dann kann man die rumschütteln und so kriegt ihr eure Bowl wirklich absolut perfekt sauber. Aber wäre es nicht für diesen Adventskalender, wäre ich noch geschockter, dass morgen Weihnachten ist. Ich bin, also ich hab das Gefühl, das wird auch von Jahr zu Jahr weniger. Und ich glaub, das wird sich auch, wie gesagt, erst wieder ändern, wenn's kleine Kinder in der Family gibt. Sei es von meinem Bruder, von meiner Cousine oder von mir. Ich glaub, du hast doch schon einen kleinen Sohn. Ich hab schon einen Sohn. Ja, oder? Echt? Wie heißt der? Du meinst den Don Coran? Ja, genau. Wenn ich den Spanien vergessen habe. Ja, genau. Das ist eigentlich ein Geheimnis. Ah, sorry. Das weiß keiner. Basti, schneidst du raus, ja. Schneid bitte raus. Basti, darf keiner erfahren. Mann, um Gottes Willen, wenn das die Maria erfährt aus Spanien, dass ich das doch weiß. Dann kommen die noch hier mit Unterhalt oder sowas. Stimmt, ja. Jetzt hast du mich echt in eine brenzlige Lage. Is'n Joke. Ne, aber ich glaub, dann wird Weihnachten wieder cool. Aber dann ist eher so, dann fängt das wirkliche Geben an. So, als Kind nimmst du, als junger Erwachsener ist so, meh. Ja. Wobei es zum Beispiel schon geil war, dann der Mom oder so letztes Weihnachten so eine KitchenAid schenken zu können oder so. Das ist dann schon cool. Aber ich glaub, mit Kindern ist noch immer ein anderes Level. Ja, also mittlerweile, also jetzt so in der Zeit ist es halt wirklich so, du freust dich so, ich freu mich auch gar nicht mehr so krass, so meine Geschenke aufzumachen. Auf was freust du dich am meisten? An Weihnachten. So eigentlich wirklich mit der Family zu essen und dann zu spielen. So mit meiner Oma noch Uno zu spielen und so weiter. Und dann auch, wenn sie sich vertut, darüber zu lachen und so. So, wenn mein Vater drüben anfängt zu lunsen bei meiner Mom. Was für Karten, weißt du? Geil. Die Familienklassiker. Ja, genau. Und das, ich glaub, darauf freue ich mich am meisten. So schönes Essen, mit der Family einfach zusammen sein, dann abends noch mit meiner Freundin einen ganz entspannten Abend ausklingen lassen. Ich glaub, das ist wirklich so das, worauf ich mich am meisten freue. Ich glaub, bei mir genau dasselbe. Zeit mit der Family, bei einem richtig geilen Essen und einer schön gemütlichen Runde im Wohnzimmer mit Kaffee nebenbei an. Und auch nur ab dem Moment werde ich wahrscheinlich so einen Hauch von Weihnachtsstimmung haben. Weil früher war es wirklich so, du hast jedes Türchen aufgemacht von Adventsklädern. War es so, du brauchst nur noch zweimal schlafen. Das hat sich auch angefühlt wie eine Ewigkeit. Vom ersten Türchen bis zum 24. Ach du Kacke, das war mindestens drei Monate. Und jetzt denk ich mir so, es ist so schön rumgegangen schon wieder. Auch wenn ich so auf meinen Adventsklädern gucke, so denkst du, hä wie, nur noch ein Türchen, das kann auch gar nicht sein. Das macht gar keinen Sinn. Jetzt seht ihr, dass da nur noch die 24 ist, denk ich mir auch, what the fuck. Safe. Ich glaub, bei mir wird's Weihnachtsfeeling anfangen, wenn ich morgen die Geschenke zusammen packe und zu meinen Eltern fahre. Ja. Ja. Heute werde ich im Büro sein. Am ersten bin ich abends am Stream. Ah, streamst du am ersten? Natürlich Sonntag. Ja. Obviamente bin ich am Stream. Ganz klare Nummer. Ja. Bin mal gespannt, wie viele dann am Start sein werden. Ich glaub viele. Ja, ich weiß halt nicht, ob dann alle mit der Family rumhängen und da maybe nicht der Shisha-Stream angemacht wird. Ich glaub am ersten Abend nicht mehr. Ich glaub schon, dass da... Am 24 wäre wahrscheinlich Flop. Ja, genau. Am 24. Außer man macht so 23 Uhr oder sowas. Ja, aber ich glaub 24 nicht viel, aber ich glaub an Weihnachtsfeiertag wird, glaub ich, schon relativ viel. Könnte ich mir auch. Ja, also ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also wird auf jeden Fall, gibt's auf jeden Fall einen Stream. Obwies Sonntag. Safe. Ja. Kann ich froh sein, dass es nicht auf dem 24. gefallen ist. Dann hätte ich obwies die verschoben. Oder nachts vielleicht noch gestreakt. Ja. So auf jeden Fall unsere kleinen Weihnachtsgeschichten. Der Alex wird uns für immer im Kopf bleiben, als der Bauer vom Krippenspiel. In dem guten Weihnachtsgottesdienst. Wenn ihr die Folge hört, wird Weihnachten ja wahrscheinlich schon rum sein. Oder wird Weihnachten schon rum sein. Und in diesem Sinne noch hoffen wir, wenn ihr Weihnachten feiert, dass ihr ein schönes Fest hattet. Schöne Zeit mit euren liebsten Menschen habt. Vielleicht können wir noch einen guten Rutsch wünschen. Weil das wird die letzte Folge 2022 sein. Ja, dann wie der Klassiker, wen auch immer man gerade trifft, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ja. Wenn ihr nicht Weihnachten feiert, genießt einfach die Zeit. Dann habt ihr ein paar Feiertage im deutschsprachigen Raum. Ist das halt so. Genießt die Feiertage trotzdem schön mit eurer Family. Ob es Weihnachten ist oder nicht, denkt an eure Liebsten. Habt eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Und auch in dem Sinne nochmal Kuss für den Support über die letzten drei Jahre vom ShishaCast. Oh ja, auf jeden Fall. Mega wild. Ich komme auch immer noch nicht darauf klar, dass es einfach schon drei Jahre ShishaCast sind. Das kommt mir nicht so lange vor, dass wir bei mir zusammen im Wohnzimmer saßen und dachten, lass doch mal besprechen, wie das wäre, so einen Podcast zu machen. Und jetzt sind wir bei Folge 75. Ja. In deinem eigenen Studio. Ja. Geisteskrank, wie es das alles entwickelt hat. Gut, genug in Erinnerung für heute. Geschwägt. Geschwägt. Richtig, danke, Alex. Wenn ich den Alex nicht hätte, würde ich dir so eine Scheiße erzählen. Das tust du auch schon so. Ich hab dich lieb. Und mit diesen wunderschönen, gefühlvollen Worten verabschieden wir uns für das Jahr 2022. Kuss für den Support. Vielen Dank. Schöne Feiertage. Einen guten Rutsch. Genieß die Zeit. Und natürlich auch an dich. Ebenso. Dankeschön. Tschüss. Macht's gut.